Edward Graham, Sir Arthur Conan Doyle Sherlock Holmes und das Banditenschloss bei Palermo Seine weltberühmten Abenteuer Folge 29 Gelesen von Peter Bozek Erstes Kapitel Ein getreuer Diener Es war in den ersten Januartagen am späten Nachmittag. Durch das geöffnete Fenster des Savoy Hotels an der Marina von Palermo An welchem sich bequem in Schaukelstühlen räkelnd Und mit der Lektüre der Tageszeitungen beschäftigt Zwei elegant bekleidete Herren saßen Drang der erfrischende Hauch des Meeres Die vom Strande herüberwehrende leichte Brise Spielte mit den zurückgezogenen Vorhängen Und ließ dieser zeitweise wie Fahnen in das Zimmer flattern Auf dem in langen Wellen an das Ufer schlagenden Meer Spiegelte sich der Glanz der Abendsonne wieder So dass die Bucht wie ein ungeheures Mit glühendem Erz befülltes Becken erschien Aus dem von blauen Nebeln umhaucht Fern am Horizont die Isl Ustika empor tauchte Der Abend ist so schön und die Luft am Strande so balsamisch Dass es mich nicht länger im Zimmer duldet Watson Sagte endlich der ältere der beiden Herren Ein hagerer, schlankgewachsener Mann mit bartlosem, intelligentem Gesicht Klugen, grauen Augen und scharf geschnittenen Zügen Legen Sie die Zeitung beiseite Wir wollen uns den Herrschaften anschließen Und einen Spaziergang nach dem Floragarten machen Der ja einer der schönsten öffentlichen Gärten von ganz Italien sein soll Ich finde es ist herrlich in Palermo Und ich bin recht glücklich Mich hier während der Sommerferien, die ich mir gegönnt habe Für einige Wochen verankerlegen zu dürfen Wie wohltuend diese Ruhe Diese Loslösung von den Aufregungen Strapazen der letzten Saison in London Er erhob sich und griff nach Hut und Stock Um das Zimmer zu verlassen Machte jedoch an der Schwelle Halt Als er bemerkte Dass sein Gefährte keine Anstalten tat Sich ihm bei der beabsichtigten Promenade anzuschließen Sie sind ja heute der reine Zeitungstiger Watson Lachte er Avanti, lieber Freund Wollen Sie den Lockungen der Holden Schönen Die da lachend und plaudernd auf- und abwandeln Den lustigen Weisen, die zu uns heraufschallen, nicht folgen? Also gleich, Holmes, und viel mehr Mr. Fullerton, wie ja Ihr Pseudonym her lautet Entgegnete der Doktor Indem er mit dem Zeitungsblatt in der Hand auf ihn zutrat Und ihn auf einen rot angestrichenen Lokalartikel aufmerksam machte Zuvor jedoch möchte ich Ihr Interesse auf diese Notiz hier lenken Wissen Sie nicht, dass wir hier Ferien haben Dass ich während dieser Zeit Verzeihung, Holmes Entgegnete Watson Seit wann lassen wir wirklich Interessantes in den Zeitungen außer Acht? Hier ist von dem unerklärlichen, spurlosen Verschwinden Einiger jungen Damen, Landsmännen von uns die Räder Holmes griff sogleich nach dem Blatt Hastig überflog er den rot markierten Artikel Hm, sagte er Ihr steht, dass im vorigen Monat aus einem hiesigen Hotel Zwei Damen, anscheinend Schwestern Plötzlich ohne Begleichung ihrer Rechnung verschwunden sind Man nahm zunächst an, dass die beiden Töchter Albions Hochstaplerinnen seien Seit einigen Tagen jedoch liegt infolge einer anonymen Nachricht Die an den Besitzer des Hotels gelangte Die begründete Befürchtung vor Dass es sich bei dem Verschwinden der beiden Schwestern Höchstwahrscheinlich um ein Verbrechen handelt Signor Martinelli, bei dem die Damen logierten Hat sofort die Polizei benachrichtigt Doch sind bisher die Nachforschungen derselben Nach dem Verbleib der Engländerinnen Erfolglos gewesen Holmes faltete das Zeitungsblatt wieder zusammen Das ist in der Tat ein Fall, den man nicht unbeachtet lassen darf Fuhr fort Jetzt regt sich in mir doch wieder der Kriminalist ganz bedeutend Und ich verspüre wirklich Lust, diesen Fall sofort in Angriff zu nehmen Im selben Augenblick klopfte es an der Tür und der Cameriere betrat den Salon Verzeihung, Signore, sagte er Man wünscht, Sie zu sprechen Darf ich den Boten eintreten lassen? Wer ist es? Was will er? Fragte Sherlock Holmes in seiner kurzen Art Offen gestanden kommt er mir jetzt recht ungelegen, denn ich war eben im Begriff auszugehen Ich machte den jungen Mann auch schon darauf aufmerksam, dass er vielleicht stören würde Sagte der Schwarzbefragte Er wollte sich aber durchaus nicht abweisen lassen und behauptete, in einer sehr dringenden Angelegenheit zu kommen Nun lassen Sie den jungen Menschen eintreten Wenige Momente später überschritt ein junger, etwa 16-jähriger Bursche Dessen erhitztem Gesicht man anmerkte, dass er eine weite Wegstrecke in größter Eile zurückgelegt haben musste Die Schwelle Habe ich die Ehre, Senior James Fullerton vor mir zu sehen? Fragte er, nachdem er sich höflich vor den beiden Herren verneigt hatte Der bin ich, sagte der Detektiv Welche Angelegenheit führt sie zu mir? Ich habe Exzellenzer dieses Billett hier zu übergeben Antwortete der hübsche, krauslockige Sizilianer und zog aus einer Brieftasche Ein zierlich zusammengefaltetes Schreiben hervor Das in charakteristischer weiblicher Handschrift die Abreise des Weltdetektivs trug Sollen Sie auf die Antwort warten? Fragte Holmes, indem er das Kuvert vorsichtig aufriss Um sich rasch von dem Inhalt der nur wenigen Zeilen umfassenden Botschaft zu überzeugen Meine Herrin erwartet, dass Sie mir sogleich folgen Versetzte der Bursche, während der Detektiv den Brief las In der Tat, amico, so ist es, sagte Holmes, dessen Gesicht bei der Lektüre sehr ernst geworden war Die Dame wohnt in der Vier Casero, wohl in einer Vorstadt Palermos Sie, Signore, es scheint eine ziemliche Strecke bis dorthin zu sein Wohl eine gute halbe Stunde, wenn wir uns dazu halten Gut, ich werde mit dir gehen, Stefano Der große Detektiv überreichte hierauf Watson, der schon mit Spannung auf diesen Moment gewartet hatte, den geheimnisvollen Brief Dann schritten beide Herren in das Nebenzimmer, wo Holmes schnell einige Waffen zu sich steckte Sie wollen also wirklich dieser sonderbaren Einladung folgen? Fragte Watson in leisem, besorgtem Tone Allerdings, mein Freund, die Dame appelliert an einen Landsmann Sie hat sich sofort, nachdem sie meinen Namen in der Fremdenliste gelesen, an mich gewendet Und wie sie aus ihren Zahlen ersehen, scheint sie sich in einer großen Gefahr zu befinden Außerdem glaube ich auch, aus den letzten Worten entnehmen zu dürfen Dass sie mir aber das rätselhafte Verschwinden der jungen Damen, von dem im Journale di Sicilia die Rede ist, Aufschlüsse geben kann Trotzdem, Holmes, es ist bereits spät Wer weiß, ob sie nicht in irgendeine Falle gelockt werden, warnte Watson Wir haben leider Gottes viele Feinde Und gerade der sizilianische Boden ist meiner Meinung nach für Leute unseres Berufes heiß genug Wenngleich wir auch hier unter angenommenen Namen logieren Der Junge da vorne Der Bote der angeblichen Miss Kathleen Robinson Macht allerdings einen ganz zutrauenerweckenden Eindruck Das meine ich auch, versetzte Holmes Daher glaube ich, dass ihre Befürchtungen grundlos sind Jedenfalls werde ich mich nicht länger bei der Dame aufhalten, als unumgänglich notwendig Ein paar Stunden aber dürften immerhin vergehen, ehe ich wieder hier bin Lassen sie sich deshalb also in ihrer abendlichen Promenade auf dem Marina nicht stören Offen gestanden, Holmes entgegnete Watson, dessen Minen noch immer einige Besorgnis ausdrückten Ich käme lieber mit ihnen Geht leider nicht, mein Freund, lächelte der Detektiv Die Dame macht es mir ausdrücklich zur Bedingung, Stefano, wie sie den Jungen nennt, allein zu begleiten Und niemandem zu verraten, wohin er mich führen soll Selbstverständlich hielt ich es trotzdem für meine Pflicht, sie über meinen Verbleib zu informieren Haben sie sich die Adresse der Dame gemerkt? Selbstverständlich, Holmes Villarcasiero Villa Roma Nun, so wissen sie ja, wo ich eventuell zu finden bin Adio caro mio Ich muss mich jetzt beeilen, denn ich werde mit Sehnsucht erwartet Sollte ich länger aufgehalten werden, was ja immerhin möglich ist, so werde ich ihnen Nachricht geben Im schlimmsten Falle wird unsere Trennung doch nur bis morgen dauern Er drückte dem Doktor herzlich die Hand und verließ dann mit Stefano das Hotel Sie schritten durch eine ganze Anzahl von Gassen und Gässchen, auf die sich bereits das abendliche Dunkle herabgesenkt hatte Bis sie endlich in der Villa Casero in einer reizenden Villenvorstadt Palermos angelangt waren Nachdem sie einige dicht belaubte Orangenalleen hinuntergeeilt, in denen sie keine Menschenseele begegnet waren, machte Holmes zum Erstaunen seines Begleiters plötzlich Halt Die Besorgnis Watsons hatte doch in ihm einige Befürchtungen über den Ausgang des heutigen Abenteuers erweckt Er wollte seinen Führer erproben Wohin solltest du mich führen? fragte er ganz unvermittelt Nach der Via Casero zur Villa Roma entgegnete der Gefragte verwundert Holmes blickte umher, um sich zu überzeugen, ob niemand in der Nähe wäre Dann zog er plötzlich zu nicht geringem Schrecken des Burschen seinen Revolver aus der Tasche Setzte ihm die kalte Mündung desselben an die Schläfe und sagte Ich wollte dir nur zeigen, Stefano, was dir bevorsteht, wenn du mich hinters Licht führen willst Gnade, Gnade, Exzellenzer, nehmen Sie die Waffe fort, wimmerte der Bursche Nun wohl denn, Stefano, ich will deinen Wunsch erfüllen, versetzte Holmes Ich glaube, wir verstehen uns So wie ich merke, dass du mich in einen Hinterhalt führen willst, ist dein Leben keinen Pfifferling mehr wert Ich habe ein verdammt loses Finger gelenkt und schieße dich sofort über den Haufen, so wie du dich als Verräter zeigst Stillschweigend schritten sie jetzt eine geraume Zeit nebeneinander her Endlich machten sie vor einer einsamen Villa Halt, die mitten in einem großen, von einer hohen steinernen Mauer umgebenen Parke gelegen war Der schöne Landsitz bildete das letzte Grundstück der Via Casero Die benachbarten Villen waren eine große Strecke von ihm entfernt Tiefe Dunkelheit war hereingebrochen In dem geisterhaften Lichter des Mondes, der hinter der schwarzen Gewölk verborgen war, nahm sich das abgelegene Besitztum unheimlich genug aus Gespenstisch leuchteten die weißen Mauern aus dem dichten Gebüsch hervor, das es von drei Seiten einschloss Und der süßliche Duft der Jasminsträucher, die ihre vollen Blütendolden über die hohen steinernen Einfriedungen senkten, wirkte fast betäubend auf die Sinne Stefano winkte dem Begleiter ihm nach einem hinteren Pferdchen der Mauer zu folgen, das er schnell öffnete und dann, als beide in den Park eingetreten waren, sorgsam wieder verschloss Sie durchschritten ein dichtes Piniengehölz, das von immergrünen Myrten- und Oliefengebüsch so üppig durchwuchert wurde, als ob schon seit Jahren keine ordnende und einschränkende Giertnerhand hier gewaltet hätte Nun waren sie dicht an dem Häuschen, mit seinen marmornen, efeu-umsponnenen Säulen angelangt Tiefe Stille herrschte darin Die wenigen Fenster waren dunkel, kein lebendes Wesen schien in dem Hause anwesend zu sein Holmes tastete heimlich nach seinem Revolver, als eine schwere eiserne Tür, die den hinteren Eingang des Hauses bildete, sich leise knarrend öffnete und ein finsterer Gang ihm entgegengähnte Er ließ Stefano voranschreiten und hielt, während er folgte, seine ganze Umgebung in schärfster Beobachtung Wo durch die Fenster der Vorderfront einige spärliche Mondstrahlen den bunten Mosaikbogen des Flurs erhellten, machte Stefano Halt Sie standen vor einer Zimmertür Stefano öffnete dieselbe und sie betraten nunmehr ein sehr einfach möbliertes Zimmer Bevor ich sie weiterführe, Exzellenza, sagte Stefano, muss ich Ihnen das Ehrenwort abnehmen, von allem demjenigen nichts zu erzählen, was Sie heute Abend hier in diesem Hause sehen werden Besonders nichts von der Art und Weise, wie ich sie zu Miss Kathleen Robinson gebracht habe Ich will dir gerne versprechen, stillschweigend zu beobachten, entgegnete Holmes Halte dich aber jetzt nicht länger mit Vorreden auf, sondern führe mich schnell zu deiner Herren Ohne ein Wort zur Widern winkte Stefano dem großen Detektiv, ihm nach einer zweiten Tür zu folgen, hinter der sich eine Wendeltreppe befand Sie stiegen diese Treppe hinunter und gelangten nun in einen schmalen Gang, der geradeaus lief und gut gepflastert war Die Hand an seiner Schusswaffe schritt Holmes durch die tiefe Finsternis des Ganges hinter dem jungen Burschen hier Plötzlich blieb Stefano stehen und sagte Hier müssen wir eine Wendung machen, Exzellenza, dann wird der Weg wieder hell werden Nur vorwärts, Amico, drängte der große Detektiv Ich bin auf meiner Hut und verfehle auch im Dunkeln meinen Weg nicht Er wollte noch weitersprechen, da packte Stefano ängstlich seinen Arm und flüsterte ihm kaum vernehmbar zu Um Gottes Willen, Exzellenza, still Ein Bote des Marchese kommt Hierher zu mir Wir dürfen nicht gesehen werden, sonst müssen wir sterben Holmes blickte auf Ein breiter Lichtstrahl fiel in den dunklen Gang, in welchem er und Stefano sich befanden Jemand näherte sich mit einer Laterne Er konnte sich nicht mehr überzeugen, wer es war Denn schon fühlte er sich von Stefano wieder in den Gang nach der Richtung fortgezogen, aus der sie hierher gelangt waren Ganz atemlos erreichten sie das Zimmer wieder, wo der junge Bursch ihm vorhin das feierliche Versprechen zu schweigen abgefordert hatte Stefano wischte sich den Schweiß von der Stirn Es ist uns geglückt, sagte er frohlockend Alles wäre verloren gewesen, wenn der Bote des Marchese uns gesehen hätte Holmes unterdrückte das Verlangen, sich zu erkundigen, was es mit dieser Todesangst Stefanos eigentlich für eine Bewandtnis hatte Einige Minuten verharrten er und Stefano in tiefstem Schweigen Endlich führte ihn letzterer nach einem Nebenzimmer und schloss die Tür Holmes öffnete jedoch dieselbe vorsichtig Und er blickte nun durch eine Spalte die Stelle des Hausflurs, wo sich die Treppe zu dem geheimen Gange befand Schon in kurzer Zeit wurde dort ein schwarz gekleiderter, herkultisch gebauter, finster blickender Mann sichtbar, der eine Laterne in der Hand trug Holmes konnte bei ihrem Lichte die Züge desselben genau erkennen und prägte sie seinem Gedächtnis fest ein Jetzt können wir es nochmals probieren, sagte Stefano, als der Mann mit der Laterne diese verlöscht und sich entfernt hatte und schnell führte er den großen Detektiv wieder in den Gang hinab In kurzer Zeit befanden sie sich an dem Fuße einer Treppe Warten Sie hier, flüsterte der junge Bursche und sprang die Treppe hinauf Ich will sehen, ob die Luft rein ist Schon nach wenig Minuten kehrte er keuchend und zitternd zurück und gab Holmes die Finger auf die Lippen legend und ihn, damit zur Vorsicht mahnend, einen hastigen Wink, sich wieder in den Gang zurückzuziehen Dann eilte er selbst über die letzten Stufen hinweg, um dem Detektiv zu folgen Doch beide kamen auf ihrer abermaligen Flucht durch den Gang nicht weit, denn schon tauchte am Ende desselben jener Mann wiederum auf, dem sie vorhin nur mit genauer Not entgangen waren Ach, Exzellenza, was soll ich jetzt tun? jammerte Stefano verzweifelt Nur Ruhe, Amico, suchte Holmes seinen jungen Führer zu beruhigen Überlasse die Sache getrost mir Dieses Zwiegespräch zwischen dem großen Detektiv und Stefano wehrte nur wenige Momente Trotzdem war der unheimliche Mensch, der sie vorhin schon bemerkt haben musste, vom Ende des Ganges bereits ganz nahe auf sie zugekommen Beim Anblick Holmes und des jungen Sizilianers stieß er einen heiseren Schrei aus und griff nach seinem Revolver Holmes hatte die schnelle Bewegung des langen Burschen wohl bemerkt Halt, rief er ihm in italienischer Sprache zu Und erhob gleichfalls seine Schusswaffe Verräter, schrie im selben Augenblick der Hühne wild Und gleich darauf donnerte ein Schuss aus seinem Laufe Doch Holmes, der vorzüglicher Pistolenschütze war und blitzschnell zur Seite sprang, traf sein Ziel besser Kaum hat er losgedrückt, so zerschmetterte auch schon die Laterne, die sein Gegner in der Hand hielt, in tausend Stücke Und tiefe Finsternis erfüllte den Gang Der Mensch schien außer sich zu sein und schoss fortwährend weiter, sodass es wirklich ein Wunder war, dass die von ihm Bedrängten nicht getroffen wurden Trotzdem er nicht Blut vergießen wollte, die Not drängte ihn dazu, abermals zum Revolver zu greifen und von Neuem auf den unsichtbaren Angreifer zu schießen Mutig sprang er in dem stockfinsteren Gang vorwärts Da empfand er plötzlich einen Hieb auf den Kopf und im nächsten Augenblick fühlte er, wie ein schwerer Körper über ihn stürzte Es war der Hühner Ein furchtbarer Ringkampf entspann sich zwischen den beiden Männern Holmes blieb keine Wahl Wenn er nicht alles aufbot, den anderen unschädlich zu machen, so war er selbst verloren In dem finsteren und schmalen Gange konnte er jeden Augenblick verwundert oder getötet werden Abermals begann ein heftiges Ringen Und es gelang Holmes endlich mit vieler Mühe, das Handgelenk des Angreifers zu erfassen und zurückzubeugen Schon im nächsten Augenblick verspürte er etwas Warmes im Gesicht Und gleich darauf drang ein leises Stöhnen an sein Ohr Der Widerstand seines Feindes hörte auf und eine unheimliche Stille trat ein Rasch sprang Holmes empor, riss sein elektrisches Feuerzeug aus der Tasche und ließ dessen Schein auf den Boden fallen Er erschrak Der Hühner lag völlig regungslos da und eine tiefe Wunde klaffte in seiner rechten Schläfe Er beugte sich zu ihm hinab Der Mann war tot Das Messer, das er nach ihm hatte zücken wollen, war ihm selbst zum Verhängnis geworden Es saß tief in der Schläfe Vor Entsetzen an allen Gliedern bebend stand der junge Sizilianer in einiger Entfernung von dem Kampfplatz da Er hatte nicht den Mut gehabt, sich in das Ringen einzumischen Jetzt näherte er sich dem großen Detektiv und fragte mit Verregung heiserer, bebender Stimme Ist er wirklich tot, Exzellenza? Ja, entgegnete Holmes ruhig Oh großer Gott, stöhnte Stefano Was soll nun geschehen? Jetzt wird alles verraten werden Wer wird verraten werden? Fragte Holmes rasch Miss Kathleen Ich vergehe vor Angst um diese Sie haben ja den Boten des Marchese getötet Nein, da irrst du Versicherte Holmes Der Wahnwitzige hat selbst Schuld an seinem Tode Er ist in sein eigenes Messer gefallen Nun, was auch immer draus werden möge Fuhr Stefano noch immer am ganzen Leibe bebend fort Wir müssen den Leichnam so schnell wie möglich zu verbergen suchen, damit niemand etwas von dem schrecklichen Unfall erfährt Gewiss, das ist auch meine Ansicht Wir wollen ihn einstweilen in irgendeinem Keller verbergen, wo ihn niemand findet und er nicht zum Verräter an uns werden kann Ganz recht, Exzellenza, ich bin bereit Ich weiß einen solchen Kellerraum Nun gut, so machen wir uns sofort dorthin auf den Weg Nimm diese Lampe hier und schreite voran Ich werde den Leichnam tragen und dir folgen Mit der Last des Toten erreichten beide, ohne mit jemandem zusammenzutreffen, glücklich den Keller Hier versteckten sie die Leiche hinter leeren Fässern und Kisten, die in eine Ecke herumlagen Und stiegen dann wieder schnell zu dem geheimen Gang empor Am Fuße der Treppe angelangt, sprang Stefano dieselbe hinauf und erschien schon nach kurzer Zeit wieder Um Holmes aufzufordern, ihm zu folgen In größter Spannung stieg nun auch dieser die Stufen hinauf und gelangte jetzt in ein elegant möbliertes Zimmer Wo Stefano ihm bedeutete, auf seine Herrin zu warten, während er selbst vielleicht in der Absicht Ihr sogleich von dem Rencontre mit dem Boten des Marchese Mitteilung zu machen, durch eine Tür davon eilte Etwa eine Viertelstunde verging, dann tat sich diese Tür abermals auf Und über die Schwelle schritt ein berückend schönes Weib Eine herrliche Brünette, die sofort durch den Liebreiz ihrer ganzen Erscheinung Das vollste Interesse des großen Detektivs in Anspruch nahm Zweites Kapitel Hilfe zur rechten Zeit Als wäre er ein langjähriger, vertrauter Bekannter von ihr Schritt Miss Kathleen Robinson auf ihn zu und streckte ihm ihre kleine weiße Hand zur Begrüßung entgegen Sie werden gewiss erstaunt sein, Mr. Fullerton Jagte sie in unverkennbar großer innerer Erregung Und forderte ihn durch eine leichte Handbewegung zum Sitzen auf Dass sie in so geheimnisvoller und seltsamer Weise zu mir geführt wurden Oh, durchaus nicht, meine Gnädigste, entgegnete der große Detektiv schnell Womit kann ich Ihnen dienen? Ich bin zu jeder Hilfe bereit, sofern sie in meiner Macht liegt Und sich nur irgend mit meinen Begriffen von Rechtschaffenheit vereinbaren lässt Ich danke Ihnen von Herzen für diese Worte, versetzte Miss Kathleen im warmen Tonen Ich wusste, dass ein Landsmann mich nicht verlassen würde Oh, ich bin ein armes, hilfloses Weib und habe niemanden zur Seite, dem ich Vertrauen schenken könnte Nur von Ihnen erhoffe ich noch Rettung und lege mein Geschick ganz in Ihre Hände Hat Ihnen Stefano berichtet, was uns auf dem Wege zu Ihnen passiert ist? Ich weiß alles, erwiderte Miss Kathleen hastig, indem ihre Züge wiederum den Ausdruck der Schrecks annahmen Darum will ich mich auch ganz kurz fassen und Ihnen in aller Eile berichten, weshalb ich Sie hierher gebeten habe Jeden Augenblick können wir ja durch meinen Peiniger, durch den Marchese überrascht werden Der Mann, der sie angriff und durch eigene Schuld sein Leben verlor, war ein Bote von ihm Und einer der schlimmsten Spione, mit denen mich der Marchese umgeben hat Er wollte mir gewiss melden, dass der Schreckliche mich noch heute besuchen wird Ach, ich ahnte nicht diesen Besuch Ich wähnte den Marchese auf Reisen, sonst hätte ich nicht den Mut gehabt, sie zu mir zu bitten So beeilen Sie sich, Miss Robinson, drängte Holmes Der von Ihnen anscheinend so gefürchtete kann, wenn die Verhältnisse so liegen In jedem Augenblick hier erscheinen Hastig rückte das schöne Weib an die Seite des großen Detektivs Und eben wollte sie mit ihren Eröffnungen beginnen Als auf der Treppe, die zu ihren Gemärchen führte, plötzlich feste Männertritte hörbar wurden Entsetzt sprang Miss Kathleen auf und ergriff Holmes am Arm Fort, fort von hier, kam es bebend von ihren Lippen Und bereits im nächsten Augenblick hatte sie ihn in den angrenzenden dunklen Raum In ihr Schlafgemach gezogen und ihm angedeutet, sich hinter einem mächtigen Kleiderschrank zu verbergen Es war die höchste Zeit gewesen Kaum befand sich Holmes in seinem Schlupfwinkel, so öffnete sich auch schon die Eingangstür des Nebenzimmers Und über die Schwelle trat ein in eine Livret gekleideter Mann mit bleichen Zügen und unstetflackenden Augen, die in dem Gemach überall wie suchend umherschweiften Ah, Giuseppe, Sie sind es, empfing Miss Kathleen den Diener Giuseppe verbeugte sich Ich komme, Miss Robinson, von dem Herrn Marchese Vor einer Stunde wurde Luigi mit einer Botschaft an Sie abgesandt, ohne dass er bisher zurückgekommen ist Der Herr Marchese schickt mich, um zu erfragen, was das zu bedeuten hat Luigi hat mir keine Botschaft gebracht, entgegnete Miss Kathleen ruhig und würdevoll Ich habe Luigi nicht zu Gesicht bekommen Verwundert schüttelte der Diener den Kopf Mit einer verlegenen Verbeugung entfernte er sich Eben wollte Miss Kathleen in das Schlafgemach eilen, um mit Holmes zu beraten, was jetzt zu tun sei Als sich abermals die Tür des vorderen Zimmers öffnete und ein schlanker, vornehm aussehender, etwa 40-jähriger Offizier in der Uniform eines Obers der Basilieri Welche Elite-Truppe in Palermo garnisonisiert, das Gemach betrat Mit finsterem Gesicht näherte er sich dem schönen Mädchen und sagte in dumpfen, grollendem Tone Ich habe vorhin Luigi zu Ihnen geschickt Sie ließen mir dies bereits durch Giuseppe sagen, entgegnete Kathleen Auch Ihnen kann ich nur wiederholen, dass ich ihn nicht gesehen habe Sie sind eine Verräterin, rief der Marchese Als ich Ihnen das Geheimnis des Ganges anvertraute, haben Sie geschworen, dass keine lebende Seele davon erfahren solle Und doch haben Sie selbst meinem Diener Stefano dieses Geheimnis entdeckt Allerdings, doch wo ist Luigi? Ich weiß es nicht Können Sie mir Ihr Ehrenwort darauf geben, dass Sie ihn nicht gesehen haben? Mit dem besten Gewissen, ich habe ihn in der Tat nicht gesehen Die Stirn des Offiziers verfinsterte sich noch mehr Kathleen Robinson, sagte er grollend Erinnern Sie sich meiner Drohungen, falls Sie jemals versuchen würden, mich zu hintergehen? Sie beleidigen mich durch solche Reden, Marchese Luigi ist tot, ist ruchlos ermordet worden Rief der Marchese und durch Mass mit großem erregten Schritt das Gemach Endlich blieb er dicht vor ihr stehen und sah sie mit seinen dunklen, glühenden Augen durchbohrend an Als ob er in den geheimsten Tiefen ihrer Seele lesen wollte Doch Miss Robinson begegnete kühn seinen Blicken Kein Schattenglitt über ihr Antlitz, keine ihrer Minen zuckte Ruhig und fest antwortete sie Wenn Luigi etwas zugestoßen ist, so ist mir nichts davon bekannt Warum erzählen Sie mir das in so dramatischer Weise? Dass Ihr Leben in meiner Hand liegt, brauste er auf Sie wandte sich verächtlich von ihm ab Ha, ha, lachte sie Ist das die Art, mit jemandem zu sprechen, den man zu lieben vorgibt? Marchese, ich verlange, dass Sie mich auf der Stelle verlassen Ich werde noch heute von Palermo abreisen Das werden Sie nicht, rief der Marchese wütend Sie werden hierbleiben Solange Sie noch meine Geheimnisse bewahrten Hatten Sie allerdings Aussicht, dass ich Ihnen Ihre Freiheit wiedergab Oder Sie zu meiner rechtmäßigen Gattin machte Jetzt aber, wo ich dahinter gekommen bin, dass Sie mich hintergehen Werden Sie zeitlebens meine Gefangene bleiben Irgendein Fremder muss in der Absicht, sich Ihnen zu nähern Das Haus durch den geheimen Gang betreten haben Er war der Mörder Luigis Er hält sich hier irgendwo verborgen Und ich werde ihn finden, trotzdem Sie Ihrem verschworenen Stefano anbefohlen haben Mir seinen Aufenthalt zu verheimlichen Tittern Sie vor mir, Kathleen Ich habe Freunde Einflussreiche Freunde, die mir beistehen werden Sie und diejenigen, mit denen Sie sich gegen mich verbinden wollen Unschädlich zu machen Elender Schurke, rief das Mädchen empört Ja, ich kenne Ihre Kumpane, mit denen zusammen Sie reiche Gimpel ausbeuten Meine unglückliche Schwester Jane und ich sollten Ihre Gehilfinnen sein Sie und Tommaso Cassini, jeder fluchwürdige Chef der Polizei von Palermo Haben, weil wir uns weigerten, mit Ihnen gemeinsame Sache zu machen Uns den Untergang geschworen Sie haben meine arme, teure Schwester von meiner Seite gerissen Und Sie wahrscheinlich für immer verschwinden lassen Nun gedenken Sie auch mich zu beseitigen, da Sie fürchten, dass ich plaudern könnte Doch ich werde Ihre Anschläge gegen mich vereiteln Ich werde die Fesseln sprengen, in die Sie mich seit jener Zeit geschlagen haben Da ich, Ihren Lockungen nachgebend, Ihnen nach Montreal folgte Ich hielt Sie ja anfangs für einen Kavalier, für einen Ehrenmann Zu spät habe ich unglücklicher eingesehen, dass ich von einem Verbrecher betrogen würde, die mich nur für seine selbstsüchtigen Zwecke, nur zum Spielzeug seiner Launen und zur Befriedigung seiner Lüste dienen sollte Fluch Ihnen, Marchese! Sie und Ihr schurkischer Freund Tommaso Cassini werden der Strafe des Himmels nicht entgehen, die sie treffen muss, weil sie mir Jane geraubt und wahrscheinlich getötet haben Solange noch ein Atemzug in mir lebt, wird es mein Bestreben sein, die Unglücklicher zu rächen und mich selbst aus meinem Gefängnis zu befreien Du bist reizend in deinem Zorn, Kathleen Schlug plötzlich der Marquese einen widerlichen, süßlichen Tod an Aber du erhebst ungerechte Vorwürfe gegen mich und meine Freunde Du vergisst, dass ich viel Gutes an dir getan habe, dass ich, solange ich von eurer Harmlosigkeit überzeugt war, nicht nur dich, sondern auch Mabel mit Geschenken überschüttete Die Juwelen, die du trägst, sind mein Die Seide, in die du gekleidet bist, ist von meinem Gelde gekauft Und selbst dies Haus, das niemals zu deinem Gefängnis geworden wäre, in dem du unbewacht von meinen Dienern nach Belieben hättest schalten und walten können Wenn ich gewusst hätte, dass du auf meine Informationen eingingst Es gehört mir Der Marquese war während der letzten Worte dicht an Miss Robinson herangetreten Plötzlich packte er ihren Arm und schrie, wieder in den brüskenton von vorhin verfallend Willst du mir jetzt gutwillig sagen, wo der Mensch, den du durch den geheimen Gang zu dir führen ließest, versteckt ist Und wo ich ihn finden kann? Auf der Stelle nenne mir seinen Namen, oder du stirbst von meiner Hand Je sprang das Mädchen vor ihm zurück Hinweg von mir, Schurke, rief sie und zog unvermutet aus ihrem Kleid einen Dolch hervor Ich werde mich zu schützen wissen und sollte dabei auch Blut fließen Sofort griff er nach einem Taschenrevolver und richtete ihn auf ihr Haupt Fort mit dem Dolch, oder es geschieht ein Unglück Schieß immer zu Eine Kugel ist mir lieber, als noch länger deine Gefangene und von steter Lebensgefahr bedroht zu sein Ich bin ja schon seit Wochen weder Tag noch Nacht sicher davor Von dem Dolch einer deiner Kreaturen Meuchlings niedergestochen zu werden Denn Dolch fort, schrie der Marquese abermals wütend Oder du bist ein Kind des Todes So schieß doch, Feigling, wiederholte Kathleen mit höchster Verachtung ihre Aufforderung Und drang mutig mit erhobener Waffe auf den Oberst ein In diesem Augenblick geschah etwas Außergewöhnliches Die Tür zum Schlafzimmer öffnete sich Und ehe sich der Marquese versah, sprang Sherlock Holmes mit Blitzerschnelligkeit auf ihn ein Im nächsten Moment hatte er ihm den Revolver aus der Hand geschlagen Wer sind Sie? schrie der Oberst verwutschäumend Ein Landsmann dieser Dame, den sie zu ihrem Schutze herbeigerufen hat Ah, dann sind Sie also der Mörder meines Dieners Luigi? Sie, Ehren, der Mensch, der mich auf meinem Wege hierher überfiel, starb nicht durch meine Hand Er selbst ist schuld an seinem Tode, entgegnete Holmes nachdrucksvoll Sie sind mir den Beweis dafür schuldig Ich werde sie der Polizei überantworten, schrie der Marquese und wollte nach der Tür eilen Um dort den elfenbeinenden Knopf der elektrischen Klingel niederzudrücken Doch der große Detektiv vertrat ihm schnell den Weg Alarmieren Sie nicht unnötig die Dienerschaft, sagte er Sie wird zeitig genug gewahr werden, wie ich einen feigen Schurken, der die Hand gegen ein schwaches Weib erhebt, zu behandeln pflege Im selben Moment hatte er dem Marquese einen so wohlgezielten und kräftigen Boxerhieb auf die Magengegend versetzt, dass derselbe leise Stöhnen zu Boden stürzte Ehe sich der Schurke noch aufzuraffen vermochte, war er mit ein paar Handschellen gefesselt und wehrlos gemacht So, Marquese, versetzte Holmes in aller Ruhe, indem er den am Boden liegenden auch an den Füßen fesselte Jetzt hoffe ich, werden Sie manierlicher werden und einsehen, dass momentan nicht Sie, sondern ich Herr der Situation bin Der Oberst rüttelte mit aller Macht an seinen Fesseln In maßlosem Zorn wälzte er sich auf der Diele umher Verdammter Hund, knirschte er, endlich seine Befreiungsversuche aufgebend Triumphieren Sie nicht so früh Vor dem Hause hart eine Anzahl Gendarmen Ich werde Sie herbeirufen Wagen Sie es, auch nur einen Laut auszustoßen, so sind Sie sofort ein Kind des Todes, entgegnete Holmes mit großer Bestimmtheit und hielt dem Marquese seinen Revolver an die Schläfe Diesmal sollten Ihnen Ihre Genossen, der famose Tommaso Cassini und seine Schergen, nichts nützen Ich habe aus Ihren eigenen Worten, aus den Drohungen, die Sie der jungen Dame vorhin entgegenschleuderten, entnommen Dass Sie trotz Ihres hohen Adelstitels und trotz Sie, die Uniform eines Oberst tragen, ein gefährlicher Verbrecher sind Die von Ihnen nicht entkräfteten Anschuldigungen Miss Robinsons beweisen Dass Sie, ich selber widerrechtlich, hier gefangen halten und seit Wochen schwer bedrohen Dass Sie, mit Hilfe Ihrer Spießgesellen Cassini, die Schwester der von Ihnen unter lügnerischen Versprechungen hierher gelockten Dame Als Sie ihnen unbequem wurde, beseitigten Wollen Sie, Miss Robinson, warnte er sich dann, als der Marquese verstockt schwieg an das junge Mädchen Dass vor Aufregung bebend, erschöpft, einen Fauteuil gesunken war Die Anklagen, die Sie vorhin gegen diesen Mann erhoben haben, nochmals wiederholen? Können Sie auch jetzt noch, wo Ihnen der Weg zur Freiheit offen steht und ich gewillt bin, Sie aus diesem Hause zu entführen Mit gutem Gewissen dieselben aufrecht erhalten? Ja, das kann ich, rief Miss Robinson leidenschaftlich, indem sie von ihrem Sitz aufsprang Ich schwöre es Ihnen zu, dass ich die Wahrheit gesprochen habe Stefano kann bezeugen, dass ich, seitdem ich hierweile die Gefangene des Marquese bin Dass ich auf Schritt und Tritt bewacht werde Und dieses Haus, dessen Eingänge von den Dienern des Marquese besetzt sind, nicht verlassen darf Unter fürchterlichen Drohungen hat der Oberst mich gezwungen, hier zu bleiben Und alle meine flehentlichen Bitten, die ich an ihn richtete, mir zu sagen Wo meine spurlos verschwundene Schwester sich aufhält Hat er unbeantwortet gelassen Seit wann vermissen Sie Ihre Schwester? fragte Holmes Seit jenem Tage, als ich in bewusstlosem Zustande aus dem Hotel in Palermo, wo ich bis dahin mit Shane gewohnt hatte, hierher gebracht wurde In bewusstlosem Zustande? fragte der Detektiv Ja, Mr. Holmes, entgegnete das junge Mädchen Er hatte mich und Shane in seinem Wagen von einem Rendezvous am Monte Pellegrino Zu einer Luftfahrt nach Montreale, die mich in der herrlichsten Umgebung von Palermo gelegenen Städtchen abgeholt Jane warnte mich noch, diese Einladung Folge zu geben Da ihr vor einigen Tagen erst von dem Marquese ein siehempörendes Ansinnen gestellt worden war Das er wahrscheinlich nun auch an mich richten würde Ich aber war noch ganz im Banne des Mannes, der mich anfangs so für sich einzunehmen wusste Dass ich ihm nichts Böses zutrauen konnte In einer Trattoria, wo er uns splendid bewertete und uns die schwersten italienischen Weine vorsetzte, fühlte ich Wie mir plötzlich die Sinne schwanden Und als ich dann aus meiner Betäubung erwachte, fand ich mich in diesem Hause und suchte vergeblich nach meiner Schwester Und sie haben keine Ahnung, wohin sie geschafft sein könnte? Oh doch, entgegnete Kathleen Ich habe den Chef der Polizei von Palermo, Tommaso Cassini Der sich damals in Montreali in unserer Gesellschaft befand Und der ein Intimus des Marquese ist, stark im Verdacht Dass ihr sich meiner unglücklichen Schwester, die ein bildschönes Mädchen ist, bemächtigt hat Das Ansinnen, das der Marquese an Miss Jane und dem Anscheinen nach später auch an sie stellte, wohin bestand es? Davon später, wenn wir aus diesem Gefängnis glücklich entronnen sind Nun wohl, ich will mich in Godold fassen Doch nun sagen sie mir noch eins Wenn sie nach ihrer Angabe hier in dieser Villa so streng bewacht wurden Wie war es ihnen möglich, mich von ihrer Notlage zu benachrichtigen? Ich hätte es ohne meinen treuen Stefano, der sofort Mitleid für mich empfand und sich aus freien Stücken erbot, mich zu retten Nicht vermocht Als durch einen Zufall heute eine der letzten Tageszeitungen in meine Hände gelangt war Und ich daraus ersehen hatte, dass ein Landsmann von mir in Palermo weilte Erklärte er sich sofort bereit, ihnen meine Botschaft zu überbringen Stefano war es auch, der vor einigen Tagen Signor Martinelli, dem Besitzer des Hotels In dem Jane und ich bei unserer Ankunft in Palermo logierten Anonym benachrichtigte, dass man uns gewaltsam entführt hätte Diese Nachricht befindet sich bereits in den Zeitungen Versetzte Holmes und wollte weiter zu sprechen fortfahren Als er plötzlich von einem lauten Wutschrei des Marchese unterbrochen wurde Der mit immer mehr sich steigenden Ingrimm der Unterhaltung des großen Detektivs von Miss Robinsons schweigend gelauscht hatte Jetzt aber, wo er vernahm, dass seine Schurkerei bereits an die Öffentlichkeit gelangt war Seine Wut nicht mehr beherrschen konnte Holmes sprang sofort auf ihn zu Presste ihm sein schnell in einem Knebel zusammen geballtes Schnupftuch Um weitere Ausbrüche des Zornes zu verhindern in den Mund So, sagte er, nachdem dies geschehen war Jetzt können wir unsere Unterhaltung ungestört fortsetzen Warum, Miss Robinson, haben Sie dem Hotelier nicht zugleich bestimmte Angaben gemacht? Warum haben Sie keinen Namen genannt und die Wähler nicht angegeben, wo Sie gefangen gehalten wurden? Weil ich hoffte, dass der Marchese eingeschüchtert durch die Nachricht, von der ich mit Bestimmtheit voraussah, dass sie in die Zeitung kommen würde, mir ein umfassendes Geständnis ablegen würde Ich fürchtete, dass, wenn ich sofort mit allen Einzelheiten herausrückte Tommaso Cassini, an den sich voraussichtlich der Hotelier zuerst wenden musste, sofort meiner Schwester Leid zufüge Das wollte ich in jedem Falle vermeiden Ich wusste ja, dass der Polizeichef und der Marchese unter einer Decke steckten Dies war eine sehr richtige Erwägung Versetzte Holmes Hoffen wir, dass dieselbe auch wirklich Ihrer Schwester genützt hat Und es mir nun gelingen wird, sie Ihnen noch unversehrt zurückzugeben Auch nicht einen Augenblick mehr wollen wir versäumen Machen Sie sich sofortigen Aufbruch bereit und nehmen Sie auf unserer Flucht nur das Notwendigste mit Vor allem bitte ich Sie, eine dunkle Kleidung zu wählen und sich möglichst tief zu verschleiern Auch ich will eine Veränderung mit meinem Aussehen vornehmen und ersuche Sie, mich jetzt mit dem Marchese in diesem Zimmer allein zu lassen Ich werde Sie hier erwarten Kaum war das junge Mädchen der Aufforderung des großen Detektivs gefolgt So begann dieser, den am Boden liegenden Marchese vom Kopf bis zu den Füßen zu entkleiden Und sich die Uniform desselben, die ihm ausgezeichnet passte, anzulegen Der Größenunterschied zwischen beiden Männern war nicht bedeutend genug, um sofort aufzufallen Holmes war, nachdem er mit Hilfe eines zurecht gestutzten, falschen Bartes Ein wenig Schminke und schwarzer Haartinktur sein Gesicht demjenigen des Marchese möglichst ähnlich gemacht hatte Kaum von letzterem zu unterscheiden Er war recht froh, dass er auch auf dem heutigen Ausgange die Requisiten zu einer schnellen Verwandlung zu sich gestreckt hatte Nachdem er sich auch der Waffen des Marchese bemächtigt hatte, trug er letzteren in ein Nebengemach Überzeugte sich noch einmal, dass derselbe seines Schreies und seiner Bewegung fähig war und rief dann Miss Robinson herbei Die Maskierung des großen Detektivs war eine vorzügliche In der festen Meinung, den Marchese vor sich zu sehen, prallte Miss Robinson bei seinem Anblick erschreckt zurück Es bedurfte erst einige Worte Holmes, um sie zu überzeugen, dass sie sich geehrt habe Nun müssen Sie kühn und tapfer sein, sagte er aufmunternd zu ihr Ihr Leben und auch das meinige hängt davon ab Vor allen Dingen hüten Sie sich zu sprechen Und was auch immer kommen möge, überlassen Sie mir allein das Wort Er reichte ihr den Arm und verließ mit ihr das Gemach Das junge Mädchen staunte, wie sicher Holmes sie führte und wie genau er sich in den Geheimgängen, die er doch nur einmal passiert hatte, auch ohne Stefano zurechtzufinden wusste Als sie an dem Ende des letzten Ganges angelangt und zu dem Zimmer emporgestiegen war von dem der Weltdetektiv bei seiner Herkunft ausgegangen war, stießen sie auf einen Gendarm Gebieterisch winkte Holmes diesen zu sich heran Wo ist ihr Chef? flüsterte der angebliche Marchese ihm ins Ohr Draußen im Park Sagen Sie ihm, ich ließe ihn bitten, sofort die Versorge zu tragen dass in fünf Minuten ein Wagen für mich an der hinteren Parkpforte bereitsteht Der Gendarm entfernte sich und kehrte gleich darauf zurück um zu melden, dass der Wagen den Herrn Marchese erwarte Miss Kathleen Robinson zitterte vor Angst und konnte ihre innere Unruhe kaum noch verbergen Ihr Begleiter gab ihr einen verstohlenen Wink den Gesichtsschleier noch tiefer herabzuziehen Dann trat er, ihr leise Mut zusprechend, aus dem Hause Kaum waren sie im Park angelangt so wollte sich ihnen hinter einem Gebüsch hervorkommend ein reich uniformierter, stattlicher Mann mit schwarzem Vollbart und scharf gebogener Nase dessen dunkel glühende Augen den dichten Schleier Miss Robinson durchdringen zu wollen schienen nähern, doch der Marchese gab ihm einen Wink, sich zurückzuziehen Rasch eilte er dann mit seiner Schutzbefohlenen durch den in nächtliches dunkel gehüllten Park dem hinteren Pfadchen desselben zu und bestieg sogleich den Wagen Noch war der Schlag desselben hinter ihm und Miss Robinson nicht zugefallen als der hohe Polizeibeamte unzweifelhaft Tommaso Cassini nochmals den Versuch machte seinen vermeintlichen Freund zu sprechen Er vernahm jedoch nur noch die Worte Betreten Sie die Villa nicht eher als bis ich zurückgekehrt bin Dann trieb schon der Kutscher auf den Befehl des Weltdetektivs die Pferde, ohne noch zu wissen wohin er seine Fahrgäste bringen sollte Schon nach wenigen Minuten beugte sich jedoch Holmes zur Wagentür hinaus um ihm eine bestimmte Richtung für die Fahrt anzugeben Er sollte im schnellsten Tempo den entfernten Stadtteil erreichen in dem sein Hotel gelegen war Als sie in diesem Viertel angelangt waren verließen er und seine Begleiterin noch eine ganze Strecke vor dem Hotel den Wagen um den Rest ihres Weges zu Fuß zurückzulegen Holmes wollte vermeiden dass der Kutscher etwaigen Verfolgern das Ziel angeben konnte zu dem er ihn und die Miss gebracht hatte Es sollte Tommaso Cassini und dem Marchese nicht so leicht gelingen den Aufenthaltsort der entführten Gefangenen auswendig zu machen Kaum war er jedoch mit seinem Schützling die erste Straße zur Hälfte hinabgeeilt als sich ihm plötzlich drei Männer entgegenstellten Rasch wollte er ihnen ausweichen doch sie befahlen im Barsch stehen zu bleiben Sofort zogen sich die Leute die wahrscheinlich Geheimpolizisten waren mit einer respektvollen Verbeugung zurück um ihnen und die verschleierte Dame ungehindert weiter passieren zu lassen Doch sie waren erst eine kurze Strecke weitergekommen als sie hinter sich Fußtritte vernahmen Holmes erkannte sofort dass Alarm geschlagen und seine Flucht mit Miss Robinson ruchbar geworden war Trotz seiner Mahnung an Tommaso Cassini die Villa nicht eher zu betreten als bis er zurückgekehrt sei musste Cassini doch sogleich nach der Abfahrt der Kutsche in die Gemächer der Miss eingedrungen sein und dort den wirklichen Marquese vorgefunden haben Selbstverständlich hatten dann die Polizeibeamten die die Villa anscheinend beständig belagerten auf Veranlassung des Marquese die Verfolgung der Flüchtigen sofort aufgenommen zumal letztere sicherlich nicht verfehlt hatte den Entführer der jungen Dame als den Mörder Luigis zu bezeichnen Letztere Erwägung und die Möglichkeit dass seine eventuelle Verhaftung ihn von seinem Schützling gerade jetzt vielleicht auf längere Zeit trennen konnte wo Kathleen seiner Hilfe am dringendsten bedurfte bewog ihm sie zu bitten die nur noch kurze Strecke bis zum Hotel das bereits sichtbar war allein zurückzulegen Vielleicht konnte auch die Trennung von derjenigen in deren Gesellschaft man ihn bestimmt vermutete die Verfolger irre zu führen Sie müssen allein weiter flüchten raunte er hasstlich Miss Kathleen zu Es wird Ihnen möglich sein die nötigen Schritte die uns noch von meinem Hotel trennen auch ohne mich zurückzulegen Wenn Sie Ihren Lauf noch mehr beschleunigen so werden Sie noch eher dort Einlass gefunden haben als es Ihren Feinden gelungen ist sich darüber Gewissheit zu verschaffen wo Sie geblieben sind Nehmen Sie hier diese Karte und übergeben Sie dieselbe im Hotel meinem Partner Dr. Watson Er wird Ihnen hilfreich zur Seite stehen und alles aufbieten um Sie so lange zu schützen bis ich selbst wieder zur Stelle bin Leben Sie wohl einstweilen wir sehen uns baldigst wieder Ich will alles tun was Sie sagen entgegnete Miss Kathleen und sofort eilte sie so rasch sie ihre kleinen Füße zu tragen vermochten dem Hotel zu Holmes bereitete sich sogleich darauf vor den Verfolgern entgegenzutreten er musste diese aufzuhalten suchen um Kathleen Gelegenheit zu verschaffen sich in Sicherheit zu bringen Es galt Leben oder Tod und keine Zeit war zu verlieren Seine Waffen waren geladen und da er den Vorteil des ersten Angriffs kannte wollte er keinen Augenblick zögern auf die Verfolger loszuschießen Schon wandte er sich um um seinen Entschluss zur Ausführung zu bringen da wurde er wieder anderen Sinnes Er bog in eine Nebengasse ein und sprang diese mit weit ausholenden Sätzen hinab Nein, solange es irgend möglich war sollte unnützes Blutvergießen vermieden werden Inzwischen waren von allen Seiten Leute herbeigeeilt die sich sofort den verfolgenden Polizisten die jetzt schießend hinter dem Flüchtling herstürmten Holmes fühlte, dass er verloren sei wenn es ihm nicht bald gelang zu entkommen Plötzlich Er bog gerade um eine neue Straßenecke stürzte ihm aus einem der nächstgelegenen Häuser ein junger Mann entgegen und rief ihm zu Folgen Sie mir, ich bin Ihr Freund Ich werde Sie retten Drittes Kapitel In den Salons der Signore Kalina Holmes durchzuckte es freudig Der junge Mann, der ihm noch im letzten Moment als Rettungsengel erschien war niemand anderes als Stefano der getreue Diener Miss Robinsons Welch eine glückliche Fügung für ihn gerade jetzt auf ihn zu stoßen Wie kam der brave Bursche hierher? Sich hierüber Gewissheit zu verschaffen war jetzt allerdings keine Zeit Noch war der große Detektiv vor seinem Verfolger nicht geborgen Selbst dann noch nicht als der von ihm bereits in größter Hast in die niedrige Stube eine armselige Behausung gezogen hatte Die ganze Straße vor dem Häuschen, in das sie geflüchtet war mit lärmenden, schreienden Menschen gefüllt Polizisten begannen sofort sämtliche Gebäude der Straße nach dem so plötzlich aus ihrem Gesichtskreise verschwundenen Flüchtling abzusuchen Wir dürfen hier nicht bleiben sagte Stefano zu Holmes Folgen Sie mir sogleich nach dem Nachbarhause dessen Front nach einer anderen Straße hinausliegt Ich überlasse alle weiteren Schritte die wir tun müssen getrost dir, mein junger Freund entgegnete Letzterer Ich werde dir sehr dankbar sein wenn du mich aus der verdammten Patsche in die ich geraten bin bald wieder herausbringst Während der Weltdetektiv noch sprach hatte Stefano ihn bereits nach dem Garten hinter dem Hause gezogen und durch eine Allee zu dem benachbarten Grundstück geführt das ebenso wie das andere Häuschen Verwandten von ihm gehörte zu denen er wie er jetzt Holmes mitteilte sofort geflüchtet war als er Miss Robinson im Schutze ihres Landsmannes wusste und aus der von ihm belauschten heftigen Unterredung des Marchese und seiner unglücklichen Herrin die Überzeugung gewonnen hatte dass dieser von dem Rencontre im geheimen Gange und infolgedessen auch davon Wind bekommen hatte dass der Fremde von ihm heimlich zu Miss Robinson geleitet worden war Sie müssen sogleich die Uniform des Marchese ablegen fuhr Stefano fort als sie einen kleinen Pavillon des Nachbargartens betreten hatten Gedulden Sie sich hier nur wenige Augenblicke ich will versuchen Ihnen einige Weiberröcke aus dem Kleidervorrat meiner Schwägerin zu besorgen Bemühe dich nicht unnötig entgegnete der große Detektiv ich trage unter der Uniform meine eigenen Kleider und werde mit Hilfe von Bierten und Perücken die ich bei mir habe in kürzester Zeit mein Gesicht so verändert haben dass ich es getrost wagen darf mich nach meinem Hotel zu begeben dort wird hoffentlich Miss Robinson schon sicher geborgen sein in wenigen Minuten hatte Holmes eine abermalige Veränderung seines Äußeren vorgenommen und verabschiedete sich nunmehr rasch von Stefano um schleunigst nach seinem Hotel zu eilen sein sehnlichster Wunsch vielleicht von dem jungen Sizilianer in Erfahrung zu bringen was im Witzurteil Miss Robinson weder Ruhe noch Zeit genug gefunden hatte musste unerfüllt bleiben auch jetzt bot sich keine Gelegenheit dazu sich bei Stefano zu erkundigen welche geheimen lichtscheuen Geschäfte der Marchese und Tommaso Cassini miteinander betrieben und in welcher Weise ihnen die Schwester bei der Ausbeutung reicher Gimpel behilflich hatten sein sollen denn höchstwahrscheinlich hatte Miss Kathleen letzteres im Sinne gehabt als sie von dem unwürdigen Antrag sprach den die beiden Schurken an sie und Jane gestellt hatten jetzt durfte er auch nicht einen Augenblick länger hier versäumen er verließ in höchster Eile Stefano und lief zunächst durch eine ganze Flucht von Straßen die glücklicherweise fast menschenleer waren da alle Nachtvögel in dem Viertel durch den Lärm und das Schießen angelockt sich in die Straße verzogen hatten wo die Polizei noch immer vergeblich nach dem Flüchtling suchte endlich kam er an den Platz wo er sich von Miss Robinson trennte vorsichtig blieb er hier einige Momente stehen um sich zu vergewissern ob das Hotel vielleicht gleichfalls vom Polizisten umschwärmt wurde doch sah er zu seiner großen Befriedigung dass die Luft rein war sogleich setzte er die elektrische Glocke des Hotels einige Male scharf in Funktion und war froh als die Tür des Gasthauses sich hinter ihm geschlossen hatte da er sich noch vor derselben Perücke und des falschen Bartes entledigt und somit sein gewöhnliches Aussehen wiedererlangt hatte war es ihm möglich nunmehr ohne Aufenthalt nach den Zimmer zu eilen die er und Watson in dem Hotel bewohnten der Doktor hat ihn bereits mit größter Ungeduld erwartet und atmete erleichtert auf als Holmes wieder bei ihm war Hat während der letzten Stunde niemand nach Ihnen verlangt, Watson? Hat sie niemand zu sprechen gewünscht und Ihnen eine Karte von mir übergeben? Nicht, dass ich wüsste entgegnete der Gefragte Hatten Sie denn eine Botschaft an mich gelangen lassen? Holmes erzählte nun dem gespannt aufhorchenden Watson ausführlich seine Erlebnisse in der Villa des Marchese und seine und Miss Robinsons Flucht aus derselben Da Miss Kathleen wie aus den Erkundigungen bei dem Portier hervorging das Hotel nicht betreten hatte so lag die Befürchtung sehr nahe dass sie noch auf der kurzen Strecke bis dorthin den Heschern des Polizeichefs in die Hände gefallen war und nunmehr wahrscheinlich demselben Schicksal entgegen ging wie ihre Schwester Die Lage der beiden unglücklichen Mädchen war umso schlimmer als der Chef der Polizeibehörde zweifellos ein Kumpan des schurkischen Marchese war und man infolgedessen nicht auf seine Unterstützung bei der Rettung Cathleines und Chains rechnen konnte Im Gegenteil Thomas Surcassini würde alles aufbieten um die Auffindung der beiden Schwestern unmöglich zu machen Die Aufgabe die Holmes auf sich genommen hatte seine Landsmännin aus der Gewalt der Schurken zu befreien wurde noch schwieriger als voraussichtlich der Marchese und Cassini sobald sie erfuhren wie er sich hilfreich den Damen angenommen hatte alles aufbieten würden ihn in den Verdacht der Ermordung Luigi's zu bringen und durch eine Verhaftung so lange lahmzulegen bis es ihnen gelungen war jede Spur der Mädchen zu verwischen und sich selbst als völlig unschuldig an ihrem Verschwinden hinzustellen Trotzdem waren sowohl Holmes wie auch Watson entschlossen ihre ganzen Kräfte zur Rettung ihrer Landsmännin einzusetzen und zwei Schurken zu entlarven die in der Gesellschaft von Palermo trotzdem sie allem Anschein nach gemeine Verbrecher waren eine hervorragende Rolle spielten Eine große Beruhigung war es für beide dass bis wenigstens jetzt weder der Marchese noch sein Spießgeselle die geringste Ahnung davon zu haben schienen dass diejenigen Männer die bestrebt waren hinter ihre Geheimnisse zu kommen sich im Hotel auf der Marina von Palermo aufhielten Das Sicherheitsgefühl des Detektivs nahm noch zu als auch der nächste Tag verstrich ohne dass irgendjemand im Hotel nach ihnen fragte Als die Dunkelheit hereinbrach machten beide sich in die Maske zweier eleganter Lebemänner durch die sie vollständig unkenntlich wurden abermals auf den Weg nach dem Polizeipalast den sie schon am Tage zu verschiedenen Zeiten in gewisser Entfernung vergeblich umstreift hatten um Tommaso Cassini aufzulauern und seine Fährte in unauffälliger Weise zu verfolgen Das Glück begünstigte sie diesmal Kaum hatten sie ihren Beobachtungsposten in der Nähe des Polizeipalastes wieder eingenommen als auch schon Holmes denselben reich uniformierten stattlichen Mann mit dem schwarzen Vollbart und der scharf geschnittenen Nase aus einem Seitenausgang des Gebäudes hervortreten sah den er in der verflossenen Nacht kurz bevor er mit Miss Robinson den Wagen bestieg im Parke der einsamen Villa gesehen und zugleich wie den Busenfreund des Marchese für den Polizeichef Tommaso Cassini gehalten hatten Der Schurke hatte anscheinend keine Ahnung dass er jetzt von vier scharfen Detektivaugen beobachtet wurde als er den frequentierten Teil Palermos rasch durchstreifte und sich dann einem abgelegenen Stadtviertel zuwandte um hier in einer schmalen Seitengasse in einem obskuren Weinlokal zu verschwinden Noch war Holmes unschlüssig ob er und Watson ihm dorthin folgen sollten als sie plötzlich einen in einen Militärmantel gehüllten schlank gewachsenen Mann die Straße heraufkommen und ebenfalls die Trattoria betreten sahen Ein Blick genügte Holmes um in dem Neuangekommenen den Marchese zu erkennen Ihnen nach flüsterte Holmes Watson zu Die Kerle die wir suchen haben sich hier offenbar ein Stelldich eingegeben Vielleicht befindet sich in der Trattoria die Stätte ihrer verbrecherischen Tätigkeit und es gelingt uns noch heute hinter ihre Schliche und das Geheimnis des Verbleibs Miss Kathleen und ihrer Schwester zu gelangen Entschlossen betraten sie das Lokal Schon der erste Blick ließ erkennen dass es eine Animierkneipe war Mattes rötliches Ampellicht erfüllte den breiten langen Gang zu dessen beiden Seiten sich lauschige von Portieren verdeckte Nischen hinzogen Leises Geflüster tosende Worte und Gläser klingen drangen aus Einzelnen derselben hervor Sogleich kam eine scharf dekultierte Früne auf sie zugesprungen um sie in aufdringlicher Weise zu begrüßen und zu einem zärtlichen Beisammensein bei einer Flasche Wein einzuladen Holmes setzte den Lockungen der Dame seinen ernstlichen Widerstand entgegen Willig ließ er sich mit Watson nach einem lauschigeren Plätzchen führen das dicht neben einer halbdunklen Grotte gelegen war aus der er soeben wenn ihn nicht alles täuschte den Kopf des Marchese neugierig zwischen den Vorhängen hervorlugen sah als sie auf den weichen Päustern Platz genommen deutete er Watson sich einstweilen möglichst allein mit der Kellnerin zu beschäftigen und ihr beim leeren der bereits angeschleiften Flasche feurigen sizilianischen weines behilflich zu sein er wollte nur hin und wieder aus dem glase nippend und nur zuweilen sich an der unterhaltung beteiligend seine Aufmerksamkeit möglichst ausschließlich den nebenansitzenden Herrn zuwenden dies erschienen davon überzeugt zu sein dass die soeben neu erschienenen Gäste harmlose Leutchen seien von denen sie nichts zu besorgen hätten sie plauderten nämlich allerdings in französischer Sprache so ungeniert und laut dass das scharfe Ohr des großen Detektivs fast jedes Wort deutlich zu verstehen vermochte Wie er vermutet hatte drehte sich die Unterhaltung an der sich sonst niemand beteiligte da die Nachbarnische nur von ihnen allein eingenommen wurde um die Affäre der gestrigen Nacht deren Haupthelden er selbst und Miss Kathleen gewesen waren Dass du mir über den frechen Patron der mir so arg hat und mit dem Mädchen das Weite suchte nichts anderes zu berichten weist Tommaso als dass er deinen Leuten bei der Verfolgung spurlos verschwunden ist setzt mich in Erstaunen und beunruhigt mich sehr sagte der Marchese dem Polizeichef ich fürchte er wird ganz plötzlich irgendwo wieder auftauchen und uns dann recht unangenehm werden Keine Sorge Jacoppo entgegnete letzterer solange ich noch als Haupt der Sicherheitsbehörde hier in Palermo das Heft in Händen habe ist so leicht nichts zu befürchten der Fremde muss jedenfalls ein Engländer gewesen sein begann der Marchese wiederum hast du in allen Hotels der Stadt Nachfrage halten lassen das wohl zur Zeit halten sich nur wenige Engländer hier auf und sie alle machen einen durchaus harmlosen Eindruck und aus dem Mädchen aus diesem hallstärigen Frauenzimmer das ein Eigensinn seiner Schwester nichts nachgibt hast du nichts über die Persönlichkeit des Menschen herausbringen können nicht das geringste Caro mio ich habe allerdings bis jetzt noch nicht die schärfsten Seiten aufgezogen und ihr noch bis morgen früh Bedenkzeit gegeben wenn sie dann nicht mit der Sprache herausrückt werde ich nicht allein gegen sie sondern auch gegen ihre Schwester keine Schonung mehr üben und kurzen Prozess mit ihr machen das wird das beste sein sie müssen für immer zu schweigen gebracht werden diese törichten Weiber hätten ihr Glück machen können wenn sie uns gefolgt wären hoffentlich hast du sie sicher genug untergebracht eine Flucht der Weiber ist ganz unmöglich versicherte Tommaso Cassini teuflisch auflachend sie werden niemals wieder das Licht des Tages gesehen doch es ist Zeit dass wir uns bereits mit Ungeduld erwarten Im selben Augenblick öffnete sich die hintere Ausgangstür des Lokals und herein rauschte in einer prächtigen Soiree Robe aus ägyptischer mit Goldfäden durchwirkter Rohseide wie ein schillernder Kolibri ein junges Weib von etwa 24 Jahren deren zierliche Figur das vollkommenste Eben Maß der Formen zeigte und in deren blassem schönem Gesicht ein paar tiefe dunkle große Augen von seltsam wechselndem Ausdruck loderten Sieh noch hier meine Herren warnte sie sich an den Marchese und seinen Kumpan die sich soeben erhoben hatten und aus der Nische hervortraten Nun wird es aber höchste Zeit dass sie sich bei unseren Freunden sehen lassen Wie ist der Besuch heute Abend fragte der Marchese Nun es lässt sich gut an lächelte das verführerische Weib Obwohl die Unterhaltung im leisesten Tone geführt wurde entging auch nicht eine Silbe dem großen Detektiv Kaum waren der Marchese und der Polizeichef der Mahnung des Weibes folgend durch die Hintertür verschwunden so erkundigte er sich leise bei der Kellnerin was es mit der schönen Donna für eine Bewandtnis habe Sie kennen nicht unsere Prinzipalin Signora Galina fragte das Mädchen verwundert Die schönste Frau von Palermo deren Salons für alle Einheimischen und fremden vornehmen Herren einen Treffpunkt bilden Dann müssen sie allerdings erst seit ganz kurzer Zeit hier weilen Schon sollte sich die kleine Pepite noch eingehender über diesen Punkt verbreiten als Sherlock Holmes mit Vergnügen bemerkte wie Signora Galina mit einem bezaubernden Lächeln auf ihn zuschwebte und mit melodischer Stimme den Herren einen Buonasera wünschte Der große Detektiv erbeugte sich höflich Pepite erzählt mir soeben von ihren Salons Signora begann er sehr respektvoll sofort eine Unterhaltung mit der Dame wäre es auch uns möglich dieselben kennenzulernen Dem steht durchaus nichts im Wege entgegnete die Dame mit befriedigender Liebenswürdigkeit Es wird mir eine Ehre sein die Herren in den exklusiven Kreis meiner Freunde einzuführen Ich hoffe sie werden sich dort gut unterhalten und Gelegenheit haben bei einem kleinen Spielchen der stets um diese Zeit entriert zu werden pflegt ihr Glück zu versuchen Ah das ist ja sehr erfreulich rief Holmes ganz entzückt Da wollen wir mein junger Freund Lord Belleville und ich von ihrer freundlichen Einladung sofort Gebrauch machen Haben uns schon lange nach einem soliden Vergnügen gesehnt Darf ich bitten mir zu folgen sagt der Signore Galina bereitwillig ich werde sie sofort mit der Gesellschaft bekannt machen Sie gab den beiden Detektivs einen Wink und alle drei verließen nun das untere Lokal um über eine schmale Hintertreppe nach den oberen Räumlichkeiten des Hauses empor zu steigen Sie gelangten durch eine Reihe einfach möblierter Zimmer die die Privatwohnung der schönen Signora bildeten in einen Spiel Salon wo eine Anzahl Nobel aussehender Herren so eifrig der Leidenschaft des Spiels huldigten dass sie kaum Zeit hatten die neuen Ankömmlinge eines flüchtigen Blickes zu würdigen unter Detektive die Detektive Detektive genommen hatte noch in die erste Reihe der Zuschauer zu bringen wo sie alle Wandlungen des Spiels und die Manipulationen der Spiele aus nächster Nähe zu beobachten vermochten Der Marchese dessen Minen durchaus nicht freundlich waren musste obwohl er eben erst das Spiel begonnen haben konnte doch schon einen empfindlichen Verlust erlitten haben Hinter ihn hatte sich der Polizeichef platziert Ihnen gegenüber saß ein junger eleganter Mann im Anfang der Zwanziger der wie Signora Galina Holmes leise zuflüsterte sich als der Sohn irgendeines Englischen oder amerikanischen Nabos ausgab Nach den Versicherungen der Dame kehrte er schon seit einigen Abenden bei ihr und es scheint ihm ebenso wenig wie den meisten hier anwesenden Herrn darauf anzukommen an einem Abend ganze Büschel von Banknoten zu verlieren So ganz gleichgültig mochte der junge Nabob nun allerdings wohl nicht gegen die Launen der stets wetterwendischen Göttin Fortuna sein eine gewisse Unruhe war an ihm unverkennbar als sein Partner der Marchese der Revanche verlangt hatte nunmehr von geradezu fabelhaftem Glück begünstigt wurde In In noch 20 Minuten hatte er dem jungen Mann eine so bedeutende Summe abgewonnen dass die Zuschauer die bis dahin sehr reservierte Haltung aufgaben und erregt der weiteren Entwicklung des Spiels folgten Plötzlich Alles alles schrie und tobte durcheinander und mit einem Fluche stürzte sich der junge Mann der an den Marchese die ungeheure Summe verloren hatte auf diesen Zur rechten Zeit gerade in dem Augenblick wo die Marchese zwei in dem linken Rock Ärmel versteckt gehalten Herzens Könige zu entfalten drohten hatte Holmes seine bauchrednerische Kunstfertigkeit entwickelt um den aristokratischen Falschspieler zu entlarven Die taschenspielerischen Manipulationen desselben hatte er sofort gleich beim Beginn des neuen Spiels bemerkt In allgemeinen Verwirrung die jetzt entstand waren er und Watson auch die einzigen denen es nicht entging wie Tommaso Cassini der hinter seinem Kumpan sitzende Polizeichef blitzschnell dem Ärmel desselben die doppelte Karte entnahm um sie gleich darauf in die Taschen des von dem Marchese bemogelten jungen Mannes hinein zu platzieren So konnte der Marchese es allerdings wagen den spontanen Bezeugungen des Unwillens die sich gegen ihn richteten frech entgegen zu treten mit einem gewaltigen Stoß hatte er seinen unglücklichen Spielpartner der wütend auf ihn eindrang won sich geschleudert und schrie nun mit seiner scharfen den ganzen Saal durchdringenden Kommandostimme wer wagt es mich den Marchesen von Spinelli des Betruges zu bezeichnen ich fordere sofortige Untersuchung nicht nur meiner sondern auch der Person meines Mitspielers und auf der Stelle riss er seinen Zivilrock auf und kehrte er sämtliche Taschen nach außen um zu beweisen dass er nicht im Besitze überflüssiger oder wohl gar gezinkter Karten sei einer der Herren begann sofort die auch von den übrigen Anwesenden geforderte körperliche Visitation an dem Marchese und dem jungen Engländer vorzunehmen zum großen Triumph des ersteren wurden jetzt die beiden Herzenskönige bei dem Engländer vorgefunden und nicht nur die Karten allein Tommaso Cassini der Polizeichef der der Untersuchung aus nächster Nähe bei wohnte stellte soeben auch mit großer Wichtigkeit fest dass in den Taschen des nunmehr allgemein für einen professionellen Fallspieler gehaltenen jungen Mannes einige für diesen im höchsten Grade kompromittierende Papiere verborgen waren aus diesen ging hervor dass der angebliche Nabob ein schon seit längerer Zeit steckbrieflich verfolgter ungetreuer Kassierer eines englischen Bankgeschäftes in Rom sei Sofort schlug die Stimmung zugunsten des Marchese um umso mehr als der Verdächtige im selben Moment wo Tommaso Kasin ihn verhaften wollte plötzlich nach dem Vorzimmer sprang und dort aus seinem Stockdegen die Klinge hervorzog um sich voller Verzweiflung in dieselbe hineinzustürzen ein schrecklicher Tumult entstand sämtliche Anwesenden mit Ausnahme der beiden Detektivs schienen von dem furchtbaren Ereignis das sich da vor ihren Augen abgespielt hatte völlig konsterniert zu sein Signora Galina und ihrer beiden Gehilfinnen sehr reife Schönheiten deren sicherlich sehr bewegte Vergangenheit sich auf ihren verlebten Zügen deutlich ausprägte kreischten laut auf der allgemeine Aufruhr erreichte den höchsten Grad als Holmes der anscheinend so harmlose jüngste Novize in diesem Kreise auf den Marchese zutrat und ihm zurief und trotz alledem sind und bleiben sie ebenso wie ihr famoser Spießgeselle der Herr Polizeichef von Palermo ein elender Gauner und Betrüger ich habe sehr wohl bemerkt wie Signor Cassini die beiden Karten aus ihrem Ärmel in die Taschen dieses Unglücklichen er deutete auf den in einer Blutlache am Boden liegenden Selbstmörder hinein lancierte Holmes hatte noch kaum ausgesprochen als auch schon der Marchese und sein Freund auf ihn zugesprungen waren Obwohl Holmes und auch Watson sich diesem kräftig entgegenstellten gelang es dem Polizeichef doch mit einem heimtückischen Griff dem Detektiv seine Perücke vom Kopf zu reißen Sein geübtes Polizeiauge hatte sich durch die Vermummung des Letzteren obwohl sie täuschend genug war nicht irre führen lassen Ein gellender Schrei der Wut der maßlosen Überraschung und des Triumphes entfuhr jetzt seinen und des Marcheses Lippen als sie in dem scheinbar sechzigjährigen so behäbig und wohlwollend aussehenden Beauvivant den so lange vergeblich gesuchten geheimnisvollen Freund Miss Robinsons erkannten Es scheint schrie Tommaso Cassini als wenn ich heute Abend sämtliche fremden Gauner in unserem Casino einstellig angegeben haben aufgepasst meine Herren dieser Mann hier ist ein schwerer Verbrecher der sich gestern Nacht eines Mordes schuldig gemacht hat helfen Sie mir ihn zu verhaften Von allen Seiten drangen jetzt die Spieler und Nichtspieler auf den großen Detektiv ein der sich umsonst ihrer zu erwehren suchte Er vermochte nur noch Watson einen Wink zu geben sich schleunigst zu drücken und in Sicherheit zu bringen damit derselbe in der Lage sei eventuell Schritte zur Befreiung Holmes zu tun Dann lag er auch schon gebunden und durch einen Knebel an weiterem Sprechen verhindert auf dem Boden Wenige Minuten später sah Watson der in größter Schnelligkeit geflüchtet war und sich draußen in einer dunklen Straßenecke ganz in der Nähe der Weinkneipe verborgen hatte wie Holmes von ein paar Männern im Beisein des Marchese und Tommaso Cassinis aus dem Hause transportiert wurde Viertes Kapitel In der Skelettkammer Watson wusste dass es Holmes ein leichtes gewesen wäre seine Verhaftung zu verhindern und aus der Spielhölle der Signore Galina zu entkommen Er ahnt dass derselbe eine bestimmte Absicht im Auge gehabt hatte wenn er sich jetzt gutwillig von dem Polizeichef als Gefangenen fortführen ließ Trotzdem wollte er den Wink den Holmes ihm gegeben im Geheimen genau alle ferneren Schritte des Marchese und seines Freundes zu beobachten um ihm nötigenfalls hilfreich zur Seite stehen zu können wohl beherzigen Mit gespannter Aufmerksamkeit belauschte er von seinem Versteck aus dass ganz in der Nähe einer Halterstelle für Droschken gelegen war die dramatische Szene die sich vor dem Eingang der Weinkneipe abspielte Alle Gäste des Lokals auch die in den Parterre Räumlichkeiten befindlichen waren auf die bereits in nächtliche Dunkelheit gehüllte Straße geeilt um Zeuge zu sein wie ein schwerer Verbrecher ein Mörder seiner wohlverdienten Bestrafung entgegen geführt wurde Jetzt zog Tommaso Cassini seine hohe Gestalt überragte die ganze Umgebung eine kleine Pfeife hervor und entlockte dasselben einige schrille weithin gellende Töne zweifellos um eins der Fuhrwerke von der Haltestelle zum Transport des Gefangenen nach dem Polizeigewahrsam herbeizuzitieren Kaum war die Pfefe verhallt so sprang denn auch ein alter im Fahrdienst der Krauter Kutscher sofort vom Bock um schleunigsten Pferden die gerade mit ihrer Abendmahlzeit beschäftigt waren die Futtersäcke abzuschnallen und die Tiere zur sofortigen Fahrt bereit zu machen offenbar kannte er das Signal bereits das eigens für ihn bestimmt zu sein schien denn sonst würde er wohl nicht mit solcher Eile darauf reagiert haben aber so rasch er auch hantierte um ihnen auf der Stelle Folge zu leisten Watson war doch noch schneller als er er versuchte es noch während der alte Rosslenker sich mit den Futter Säcken zu schaffen machte unbemerkt von ihm und dessen Kollegen in das Innere des Wagens hinein zu springen und sich mit bewunderungswürdiger Gewandtheit unter einem der Sitze zu verstecken im selben Augenblick wo Tommaso Cassis seine Pfiffe erschallen ließ und er deren Bedeutung erkannte hatte er auch schon den tollkühnen Entschluss gefasst in die Karoza hinein zu schlüpfen und so wieder in die unmittelbarste Nähe Holmes zu gelangen er jubelte innerlich auf als es ihm gelungen war und nun der Wagen dem Eingang der Weinkneipe zufuhr er befand sich zwar in der denkbar unbequemsten Lage und er würde seine ganze Energie aufbieten müssen um in derselben längeren Zeit zu verharren aber er hoffte doch dass ihm dies gelingen würde er war zu dem äußersten entschlossen nötigenfalls wollte er noch während der Fahrt Holmes von seinen Fesseln zu befreien suchen die scharfen Augen des großen Detektivs der jetzt von dem Polizeichef und dem Marchese in den Wagen gehoben und auf denselben Sitz untergebracht wurde unter dem Watson in fieberhaften Aufregung lag hatten den Doktor sofort bemerkt er hütete sich jedoch sehr wohl dies auch nur durch die geringste Veränderung seiner Minen zu verraten sein Gesicht bewahrte denselben gleichgültigen Ausdruck wie vorhin als jetzt unter dem lauten Tumult der vor dem lokal versammelten Menschen der Wagen sich in Bewegung setzte anscheinend nahm derselbe die Richtung nach dem Polizeigebäude doch kaum war er durch einige Straßen schnellsten Tempos dahingefahren so änderte er seinen Kurs der Polizeichef hatte schon nach wenigen Minuten sich zu dem geöffneten Wagenfenster hinaus gebogen und dem Kutscher eine geheime Instruktion über das Ziel gegeben das zweifellos weit über die Grenze der Stadt hinaus lag schon in kürzester Zeit hatten sie die Mauern von Palermo in ihrem Rücken und fuhren und fuhren im schärfsten Grade den am fernen Horizont aufsteigenden Bergen zu Dass ein Schurkenstreich an dem Gefangenen ausgeführt werden sollte war klar Es unterlag kaum einem Zweifel dass die beiden Kumpane den Mann der ihnen so gefährlich werden konnte ebenso von der Bildfläche verschwinden lassen wollten wie Miss Kathleen und ihre Schwester Die Detektive merkten sehr bald an dem Gespräch des Marchese und Tommaso Cassini dass dieser Verdacht der sofort ihnen aufgestiegen war sie nicht getäuscht hatte Dieser Tölpel lachte der Polizeichef in diabolischer Freude er hat es dennoch ein wenig zu plump angefangen um uns auf die Sprünge zu kommen Ich ahnte sogleich dass die beiden Kerle die in der Nische neben uns Platz nahm etwas Böses gegen uns im Schilder führten Trotzdem verhinderte ich es nicht dass Signore Galina sie in unseren Spielclub einführte Mir fiel es sofort auf dass dieser Schuft sich in die Nähe unseres Tisches drängte und eine jede unserer Bewegungen mit Fuchsaugen bewachte Meine Ahnung hatte mich auch nicht betrogen Wie Sie sehen mein lieber Marchese haben wir einen Kapitalfang gemacht Schade nur dass uns der andere Bursche durch die Lappen gegangen ist Nun ich bin heilfroh dass wenigstens dieser Gentleman hier er scheint ein waschechter Engländer zu sein in unseren Händen ist versetzte ebenfalls teuflisch grinsend der Marchese Corpo di Bacco es ist in der Tat derselbe unverschämte Bursche der uns beinahe eins der Mädchen entführt hätte wir wollen ihm dafür heute Nacht einen Denkzettel geben dass er sich niemals wieder einfallen lässt seine Nase in Dinge zu stecken die nichts angehen neugierig bin ich wirklich mit wem wir es eigentlich zu tun haben und wie der Mensch dazu kam sich zum Beschützer und Retter Miss Catelyns aufzuwerfen wenn wenn ich mich nicht sehr täusche erwiderte Tommaso Cassini der unausgesetzt das Gesicht des großen Detektivs scharf beobachtet hatte haben wir einen der geriebensten Spitzel der Welt nämlich Sherlock Holmes erwischt ich muss gestehen dass es mir eine ganz diebische Freude bereitet gerade diesen Kerl der sich für den schlauesten Kriminalisten der jetzt Zeit hält übermalten vielleicht noch aus den Zeiten der hohen staufen stammenden Schlösschens im geisterhaften Lichte des Mondes am Eingang einer dunklen Waldschlucht auf stolzer Bergeshöhe emporsteigen zu sehen welches Schicksal mochte seiner dort warten nun ob die Lose für ihn so oder so fielen er war entschlossen auch jetzt wiederum allen gefahren mutig ins Auge zu schauen und das Vertrauen zu seiner Kraft und Energie nicht zu verlieren außerdem war es ihm eine große Beruhigung seinen jungen Freund und Gehilfen ganz in seiner Nähe zu wissen und bereits von ihm für alle Fälle mit einer nicht zu verachtenden Waffe versorgt zu sein das Schicksal Watsons machte ihm keine Sorge es war nicht anzunehmen dass man denselben jetzt noch in seinem Versteck entdeckte und auch späterhin würde Watson es verstehen sich unsichtbar zu machen und in die Nähe Homes zu gelangen der Kutsche musste nicht zum ersten Male die Fahrt nach dem Schloss zurückgelegt haben denn sonst würde es ihm nicht so leicht gewesen sein seinen Weg in der dunklen Schlucht in die sie jetzt eingedrungen waren zu finden mit sicherer Hand hielt er die Zügeln und lenkte die Tiere über den schmalen zwischen felsgestein führenden Pfad dahin endlich waren sie am Fuße des Schlossberges angelangt in mittendichten Gehölzes einer bis zur höher emporsteigenden Pinienwaldung führte ein serpentinen Weg zu der kleinen Bergfeste hinauf die Pferde waren jetzt gezwungen ein langsameres Tempo anzuschlagen dennoch vermochten sie es das nicht allzu schwere Gefährt in verhältnismäßig kurzer Zeit bis zur Höhe hinauf zu schleppen in Schweiß gebadet langten sie vor der Zugbrücke an die über einen tiefen Abgrund zu dem Hauptportal der Hohen Schloss Mauer hinüber führte Tommaso Cassini sprang als der Wagen hielt sofort aus dem wiederum zog er sein silbernes Pfeifchen hervor und kaum hatte er ein dreimaliges Signal gegeben so öffnete sich die eisenbeschlagene massive Eichentür des Portals und die Zugbrücke wurde langsam heruntergelassen der Wagen fuhr in den in tiefster Dunkelheit gehüllten Schlosshof ein gerade als auf dem Schlosstum zwölf dumpfe Glockenschläge die Stunde der Mitternacht verkündeten Einige Stallknechte kamen herzugesprungen um dem Kutscher beim Abschirren der Pferde behilflich zu sein und diese und den Wagen in eine der großen Stallungen unterzubringen die den Hof von zwei Seiten einschlossen sie nahmen den alten Rosslenker der ein guter bekannter von ihnen zu sein schien dann mit sich in die Stube um ihm auf Anweisung des Schlossherrn als den sich jetzt der Polizeichef unzweifelhaft zu erkennen gab mit einer Abendmahlzeit und einem guten Trunke zu erquicken Erst am folgenden Tage sollte er seine Rückfahrt nach Palermo wieder antreten Sherlock Holmes wurde indessen von dem Marchese und dessen Kumpan sogleich durch ein Hinterpferdchen des Schlossers in einen finsteren und langen Gang des Erdgeschosses nach einer Treppe geführt durch die man in die Keller Räumlichkeiten gelangte Nachdem sie etwa 30 Stufen hinab gestiegen waren kamen sie vor eine starke eiserne Tür die tief in die Mauer eingelassen war diese Tür an und für sich schon fest gearbeitet und mit dicken Nägeln beschlagen war außerdem noch durch zwei breite Eisenstangen verwahrt die durch riesige eiserne Schlösser festgehalten wurden Der Polizeichef zog einen Schlüsselbund aus der Tasche dessen Schlüssel außergewöhnlich klein aber höchst seltsam geformt waren mit diesen Schlüsseln öffnete er die Vorlegeschlösser dann nahm er die Vorsetzstangen herunter und öffnete die zwei Schlösser der eisernen Pforte als er das zweite Schloss geöffnet hatte sprang die Tür dröhnend auf und eine dumpfige Luft quoll ihnen entgegen sie drohte die Taschenlaterne die Casini gleich beim Betreten des Schlossgebäudes angezündet hatte zu verlöschen es war ein niedriges fensterloses Gewölbe in das die beiden Schurken mit ihrem aneinander gefugt waren dass es den Anschein hatte als ob ein Teil von ihnen jeden Augenblick herunterfallen würde in verschiedenen Zwischenräumen waren in der Mauer starke eiserne Ringe befestigt von denen verrostete Ketten niederhingen zwei dieser Ketten waren ein schauriger Anblick um Gerippe geschlungen die nach der bleichen Farbe ihrer Knochen zu Urteilen schon Jahrhunderte alt sein mochten Holmes wurde auf einer halb verfallten Streu die in eine Ecke des Gefängnisses lag geworfen dann verließ das edle Paar das ihn hierher gebracht das schauerliche Gewahrsam eine dämonische Freude hatte sich ihrer bemächtigt das verriet das unheimliche Lachen unter dem die Schurken aus den Kellerräumen wieder zum Erdgeschoss empor stiegen doch schon nach wenigen Minuten wurden von der Kellertür wiederum schwere Männertritte vernehmbar Holmes erschrak kehrte der Schuff der Polizeichef wieder zurück hielt er es doch für sicherer ihn sogleich zu töten und ihn nicht erst einer länger qualvollen Gefangenschaft auszusetzen wie er zu aus beabsichtigt hatte Holmes machte sich bittere Vorwürfe dass er sich nicht sofort nachdem die beiden unholde den Kerker verlassen hatten des ihm von Watson zugesteckten Messers bemächtigte er wollte das versäumte rasch nachholen doch im selben Augenblick wurde auch schon die schwere Tür aufgestoßen und betrat im Schein seiner kleinen Taschenlaterne Tommaso Cassini abermals den unheimlichen Raum ein grimmiges Triumph lächeln glitt über seine grausamen Minen rasch sprang er auf den am Boden liegenden Gefangenen zu und befreite ihn zudessen nicht geringe Überraschung von dem Knebel der noch immer in seinem Munde steckte wohl an Signore sagte er im spöttischen Tone indem er sich wieder emporrichtete und die Laterne so über Holmes hielt dass ihr Schein das Gesicht desselben völlig beleuchtete Sie und ich wir haben einen Kampf auf Leben und Tod gegeneinander aufgenommen aber sie werden in diesem Kampf sicherlich unterliegen sie sind schon jetzt ein toter Mann wer gegen Tommaso Cassini spielt hat verloren und nimmt ein schlimmes Ende ich finde nicht dass meine Lage so schlimm wäre entgegnete Holmes furchtlos nicht lachte der Polizeichef höhnisch sie sind ein Optimist jedoch ich kann ihnen nicht verkehlen dass ihr Erdenleben bereits abgeschlossen sein wird bevor noch die Sonne wieder aufgeht sie vergessen Cassini dass ich englischer Bürger bin und mich gegen die Gesetze ihres Landes nicht vergangen habe halten sie es etwa für kein Vergehen einen Menschen zu töten es die sich zu verantworten hätten Tommaso Cassini verzog sein Gesicht zu einem teuflischen Grinsen ich hätte nicht geglaubt erwiderte er dass ein Sherlock Holmes solche traurigen Ausflüchte machen würde ich habe sie immer für einen schlauen witzigen Kerl gehalten sehe aber ein dass sie es an Schlauheit kaum mit einem Schul Knaben aufnehmen können es ist mir völlig gleichgültig entgegnete Holmes verächtlich was ein Schurke wie sie über mich denkt ich verlache ihre Drohungen immerhin rief der Polizeichef wütend doch wer zuletzt lacht lacht am besten dieser Augenblick ist Gott sei Dank noch nicht herangekommen sagte der große Detektiv mit unerschütterlicher Ruhe für sie doch versetzte sein Gegner in schneidendem tone ich sagte ihnen schon dass sie noch in dieser Nacht starben werden ich habe ihnen nur noch eine kleine galgen frist gewährt aber auch diese werde ich verkürzen wenn sie nicht augenblicklich bekennen wie sie von der anwesenheit miss kathlet verkehrungen getroffen getroffen ihre vorgesetzte behörde weiß vielleicht schon jetzt von dem schurken streich den sie gegen ein schutzloses junges mädchen und ihre beschützer ausgeführt haben cassini lachte 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 ungläubig auf ist das alles in your homes fragte er spöttisch was sie mir zu sagen haben alles entgegnete der große detektiv und kehrte verächtlich dem polizeichef den rücken verlassen sie mich jetzt auf der stelle ich habe es satt mich länger mit einem so erbärmlichen subjekt wie sie es sind zu unterhalten ist das ihr letztes wort schrie tommaso cassini zornig mein letztes klang es von den lippen homes zurück im nächsten augenblick eilte tommaso cassini in namenloser wut nach der tür des kerkers und gleich darauf verließ er denselben die schwere pforte mit lautem krachen hinter sich zuwerfend auf der suche nach dem meister watson atmete erleichtert auf als die stahlknechte und der kutscher den wagen unter dessen sitz er stundenlang in qualvoller lage eingepfercht gewesen war sicher untergebracht und ihn endlich allein gelassen hatten kaum fiel die tür der wagenremise hinter den drei männern ins schloss so kroch er unter dem sitz hervor und blieb noch einige minuten auf dem boden des wagens liegen eine jede selbst die leiseste bewegung bereitete ihm schmerzen sämtliche gliedmaßen waren ihm steif geworden namentlich die beine versagten ihm völlig den dienst und er vermochte sie erst durch längeres reiben wieder gebrauchsfähig zu machen endlich glaubte er imstande zu sein seinen heißesten wunsch sich nach dem schicksal holmes zu erkundigen zur ausführung bringen zu können alle energie zusammennehmend raffte er sich auf und verließ den wagen um sich zunächst aus der remise einen da er im besitze seines engländers seines universalschlüssels war dem noch nie ein schloss widerstand geleistet hatte so war es ihm ein leichtes die tür der remise zu erbrechen sorgsam schloss er sie wieder hinter sich und schlich dann über den in nächtliche dunkelheit gehüllten Hof längst den Stahlgebäuden hin ein schwacher Lichtschimmer der am Ende derselben aus einem Fenster auf den Hof fiel hatte sofort seine Aufmerksamkeit auf sich gezogen wahrscheinlich waren in dem Zimmer des Erdgeschosses zu dem die Fenster gehörten noch die Stallknechte und der Kutscher beisammen vielleicht war es ihm möglich irgendetwas aus ihrer Unterhaltung zu erlauschen was ihm Aufschluss über den Aufenthalt Holmes geben konnte seine Hoffnung hatte ihn auch nicht getäuscht er stand erst 20 Minuten vor dem nur durch einen dünnen nicht zusammengezogenen Vorhang füllten Fenster so hatte bereits das Gespräch der drei Männer im Zimmer die er von seinem Lauscher Posten sehr gut beobachten konnte sein höchstes Interesse in Anspruch genommen es waren in der Tat dieselben die ihn vor kurzer Zeit erst allein mit dem Wagen in der Remise zurückgelassen hatten die drei Kerle ahnten nicht im geringsten dass sie einen so aufmerksamen Zuhörer hatten Watson erschrak als er ihre Gesichter genauer studierte es waren echte Banditen Visagen die sich da seinen Blicken präsentierten namentlich das Antlitz des alten Kutschers ließ erkennen dass er seinen harmlosen Beruf nur als Deckmantel für andere aber wahrscheinlich nicht so einwandfreie Beschäftigungen benutzte das Kleeblatt befand sich augenscheinlich in bester Stimmung die wohl der reichlich genossene Wein erzeugt haben mochte da scheint ja unser alter heute nacht einen schönen Fang gemacht zu haben meinte einer der Kerle muss wohl ein rabiater Bursche sein denn er hat ihn sofort in die Skelettkammer nachgebracht wie Philippo erzählte der unserem alten und dem Marquese im Geheimen nach dem Keller gefolgt ist so viel ich auf der Fahrt hier erlauscht habe versetzte der Rosslenker ist es ein gefährliches Spitzel der wahrscheinlich hinter die Geheimnisse des Spielsalons der Signore Galina gekommen ist sehr richtig von dem alten dass er mit derartigen lumpen kurzen Prozess macht wie steht es übrigens mit den beiden Frauenzimmern von denen ich das eine erst gestern Nacht hierher kutschiert habe ich glaube deren letztes Stündchen hat auch bald geschlagen und beide werden das Schloss nicht mehr verlassen sollte mir eigentlich um die armer Dinger leid tun und ich fürchte die beiden Herren haben sich eine böse Suppe eingebrockt als sie dieselben so spurlos verschwinden ließen in den Zeitungen wird ganz offen die Vermutung ausgesprochen dass die Mädchen einem Verbrechen zum Opfer gefallen sind Die beiden Banditen hatten die Wahrheit gesprochen einige Fenster der ersten Etage waren erleuchtet drei breite Lichtstreifen fielen von oben in die tiefe Finsternis der Park Wildnis nur das Licht des vierten Fensters vermochte nicht ganz ungehindert seinen Weg hinab zu finden denn der Wipfel eines riesigen Ahornbaumes verdeckte es fast zur Hälfte Und sofort stieg in Watson der Gedanke auf diesen Ahornbaum zu erklimmen Da die Zweige desselben dicht an das Fenster heranreichten und Watson sich mit Recht für eine durchaus sportliche Person halten konnte so war es ihm gewiss möglich sich von einem der Äste in das Fenster zu schwingen das wie er soeben zu einer nicht geringen Freude gemerkt hatte geöffnet war um der würzigen Nachtluft das Eindringen in die Gemächer zu ermöglichen Watson war kein Freund von langen Zaudern hatte er erst einmal einen Entschluss gefasst so drängte es ihn auch schon mal mit aller Macht demselben auszuführen obwohl er den Baumstamm kaum zu umspannen vermochte gelang es ihm doch unter Aufbietung aller Kräfte bis zu dem ersten erreichbaren Ast hinauf zu klimmen jetzt hatte er das schwierigste überwunden von nun an war es eine Kleinigkeit vollends bis zu dem höchsten Wipfel empor zu turnen er jubelte innerlich auf als es ihm endlich gelungen war bis zur nächsten Nähe des Fensters vorzudringen die schweren gelben Seiten Vorhänge an denselben waren herabgelassen sein Blick vermochte nicht die Geheimnisse die dahinter verborgen waren zu erspähen umso mehr strengte er sein Gehör an und lauschte mit gespanntester Aufmerksamkeit auf jeden auch den leisesten Laut der sich in den Gemärchen hören ließ Eine Zeitlang vernahm er nichts weiter als das regelmäßige Ticken einer großen Wanduhr deren sonore Gong Klänge soeben meldeten dass die zweite Stunde des morgigen Tages angebrochen sei Dann tönte wahrscheinlich aus dem Nebengemach leises Stimmengemurmel an sein Ohr Er konnte bald darauf einige Worte der Unterredung die zwischen einem weiblichen und zwei männlichen Personen stattfand ziemlich deutlich verstehen Niemals Niemals sagte in sehr bestimmten Tone die Dame Sie beide sind Schurken Ich will lieber sterben als mich zu Werkzeugen ihrer verbrecherischen Pläne ergeben Sie werden es bereuen Miss Kathleen erwiderte darauf eine tiefe Stimme die zweifellos dem Polizeichef angehörte Geben Sie Ihre Halsstarrigkeit auf und nehmen Sie Vernunft an Zwingen Sie uns nicht zu Maß regeln die wir selbst bedauern die wir aber anwenden müssten wenn Sie bei Ihrer Weigerung verharren sparen sparen des Baumes versteckt auf der Lauer lag. Es vergingen jetzt nur wenige Minuten. Watson hat es gewagt, den Fenster vorhangend wenig zur Seite zu schieben, sodass er jetzt das ganze Innere des Gemaches zu überschauen vermochte. Dann kehrte Tommaso Cassini in Begleitung eines bildschönen jungen Mädchens zurück, das in leidenschaftlicher Hast und mit Vererregung glühenden Wangen dem Nebengemach so rasch zustürmte, dass ihr der Polizeichef kaum zu folgen vermochte. Gleich darauf wurden Rufe des Jubels und zugleich heftiges Schluchzen und Weinen vernehmbar. Wir lassen uns nicht dazu herabwürdigen, rief Miss Kathleen in höchster Erregung, ihnen als Schlepperinnen und Lockvögel für ihre Spielhöllen zu dienen und ihnen zu helfen, leichtsinnigen, aber ehrlichen Menschen in verbrecherischer Weise ihr Geld abzunehmen und sie finanziell und moralisch zu ruinieren. Nie und nimmermehr, stimmte Miss Jane ihrer Schwester bei. Noch viel weniger können wir ihren Wunsch erfüllen, ihre Gattinnen zu werden und unser Leben an dasjenige zweier verruchter Schurken zu ketten. Es ist eine Infamie, wenn sie, Tommaso Cassini, und ihr Spießgeselle es wagen, uns von ihrer Liebe zu reden. Sie wollen uns nur deshalb für immer an sich ketten, weil sie dadurch hoffen, uns zum Schweigen zu bringen, denn sie fürchten mit Recht, dass wir sie, sobald sie sich uns die Gelegenheit dazu bieten, als Falschspieler, ja noch mehr, als gemeine Banditen und Mörder den Behörden denunzieren würden. Ich ahnte sofort, als ein unseliges Geschick und Senjabel zusammenführte, dass nicht allein sie, Tommaso Cassini, sondern auch der sogenannte Marchese, Verbrecher der allerschlimmsten Sorte seien, dass sie sich beide ihren Rang und ihre Stellung in betrügerischer Weise unrechtmäßig angemaßt hatten. Und die zufällig von mir aufgefundene Brieftasche, die sie, Marchese, verloren hatten, sie lieferte mir den Beweis, dass meine Ahnung mich nicht täuschte. In ihr entdeckte ich ja unzweifelhafte Dokumente dafür, dass sie jahrelang das blutige Handwerk gewerbsmäßiger Banditen betrieben haben, dass die Papiere, die sie zum Marchese und ihren Kumpanen zu einem höheren Polizeibeamten stempelten, durch Mord in ihre Hände gelangt waren. Genug jetzt mit den Lamentationen, schrie da wütend Tommaso Cassini. Wir geben euch nur noch eine Stunde Bedenkzeit, dann werden wir wieder hier erscheinen. Weigert ihr euch dann, unsere Gärtinnen zu werden, leistet ihr auch dann nicht den heiligen und unverbrüchlichen Schwur über alles das, was ihr von uns wisst, bis zu eurem letzten Atemzuge, das tiefste Stillschweigen zu bewahren. So werdet ihr sofort dasselbe Schicksal erleiden wie euer Freund und Helfer, der sich ebenfalls im Schlosse und in unserer Gewalt befindet und schon in den nächsten Stunden die gebührende Strafe dafür erhalten wird, dass er sich vorwitzig in unsere Geheimnisse drängen wollte. Bei den letzten Worten des Polizeichefs schrie Miss Kathleen entsetzt auf. »O ihr Unmenschen«, rief sie verzweifelt, »so wollt ihr also auch das Blut dieses edlen Mannes vergießen? Wenn ihr auch schon uns nicht verschont, so habt doch Mitleid mit ihm.« »Das wird ganz davon abhängen«, entgegnete Cassini, »wie euer Bescheid nach einer Stunde ausfällt. Überlegt euch also wohl, was ihr tun wollt. Auch das Leben eures Freundes hängt davon ab, ob ihr unseren Willen erfüllt oder nicht.« Mit diesen Worten verabschiedeten sich die beiden Unholde von den unglücklichen jungen Mädchen. Und Watson hörte, wie gleich darauf die Türen des Mittelzimmers aufgeschlossen wurden und der Marchese und sein Spießgeselle das Zimmer betraten, an dessen Fenster er lauschte. Im selben Augenblick fast huschte durch eine geheime Tapetentür, die gerade über dem Fenster sich soeben geöffnet hatte, derselbe hühnenhafte Mensch, dem Watson vorhin auf dem Schlosshofe auf ein Haar in die Arme gelaufen wäre. »Nun, Lorenzo?«, flüsterte ihm der Polizeichef zu, indem er sich ihm hastig näherte. »Bist du bereit?« »Jawohl, Exzellenza«, erwiderte ebenso leise der Riese. »Ich werde mich sofort nach der Skelettkammer begeben, um ihr Urteil zu vollziehen.« »Mach's möglichst kurz«, forderte der Marchese. »Sie werden mit mir zufrieden sein«, versicherte der Goliath. »Ich führe einen sicheren Stoß.« »Es soll dein Schaden nicht sein, Lorenzo«, sagte Tommaso Cassini, indem er wohlwollend dem langen Burschen auf die Schulter klopfte. »Die dir versprochene Belohnung wird dir gleich nach vollbrachter Tat vergolten werden.« Stumm verneigte sich Lorenzo, um sogleich wieder durch die geheime Tapetentür zu verschwinden. Gleich darauf verließen auch der Marchese und der Polizeichef das Zimmer. Watson wartete noch eine kleine Weile, dann sprang er von seinem luftigen Sitze auf das Fensterbrett, um sich von diesem leise auf die Diele des Gemaches fallen zu lassen. Eine namenlose Angst ergriff ihn. Die Mädchen waren augenblicklich noch nicht in Gefahr, Holmes jedoch konnte schon in wenigen Minuten vielleicht einen entsetzlichen Tod durch die Hand des gedungenen Meuchelmörders erleiden. Möglicherweise hatte man das Dolchmesser, das er ihm auf der Fahrt heimlich zusteckte, doch entdeckt. Dann war Holmes hilflos der Willkür seiner schurkischen Feinde preisgegeben. Eine Sekunde zögerte er noch. Dann sprang er schleunigst zu der Tür, durch die vorhin der Marchese und dessen Spießgeselle das Zimmer verlassen hatten, und eilte auf den dunklen Korridor hinaus, der nach der Treppe führte, über die man nach dem unteren Stockwerk hinabgelangte. Watson war entschlossen, alles aufzubieten, um zunächst die Skelettkammer aufzufinden. Er wollte Holmes sofort zur Hilfe eilen. Gelang es ihm, denselben zu retten, und das beabsichtigte Mordattentat des Riesen zu vereiteln, so konnte er und Holmes noch immer die beiden Mädchen aus der Gewalt ihrer Peiniger befreien. Sechstes Kapitel Der vereitelte Als Tommaso Cassini das dumpfe Kerkerloch verlassen und die Tür desselben sorgfältig hinter sich zugeschlossen hatte, ließ Holmes noch eine geraume Zeit verstreichen, ehe er sich zu einem Entschluss aufraffte. Er hat den Gedanken reiflich alle Eventualitäten erwogen, die sich ihm zur Rettung seines Lebens boten, und war dabei zu einem ziemlich hoffnungslosen Resultat gekommen. Die einzige Möglichkeit einer Rettung war, an den Umstand geknüpft, dass es ihm gelang, sich schnellstens des Dolchmessers zu bemächtigen, das Watson ihm in den Schaft des rechten Stiefels gesteckt hatte. Er würde dann sein Leben so treuer wie möglich verkaufen. Rasch gab er seine liegende Stellung auf und richtete den Oberkörper empor. Mit größter Anstrengung versuchte er, sodann, die Knie möglichst hoch empor zu ziehen, um in der Lage zu sein, mit den gefesselten Händen in den Stiefelschaft hineingreifen und das Dolchmesser erfassen zu können. Nach einigen vergeblichen Versuchen glückte es ihm auch wirklich, das Heft des Dolches in die Finger zu bekommen. Doch damit allein war ihm noch lange nicht geholfen. Er vermochte die gefesselten Hände ja kaum zu rühren. Wie sollte er mit ihnen die starken Seile durchschneiden, die um die Hand- und Fußgelenke so scharf zugezogen waren, dass sie ihm tief ins Fleisch schnitten und ihm bei der geringsten Bewegung fast unerträgliche Schmerzen bereiteten? Doch Holmes, der viel genannte und in den schwierigsten Lagen so oft erprobte, wusste Rat. Er krachte das Heft des Dolches zwischen seine Zähne und biss diese so stark zusammen, dass es völlig unverrückbar wie in einem Schraubstock festgeklemmt war. Darauf näherte er die Handgelenke der bereits von Watson aufgeklappten scharfen Klinge und rieb die Fesseln an letzterer so lange, bis sie ganz durchschnitten waren. Nachdem er durch heftige Bewegungen an der Arme die Zirkulation des Blutes wiederhergestellt hatte, war das Durchschneiden der Fußfesseln nur noch das Werk eines Augenblicks. Ein unendliches Glücksgefühl bemächtigte sich des großen Detektivs, als er Arme und Beine wieder frei bewegen konnte. Sein Mut belebte sich von Neuem. Rasch eilte er zur Tür, um den Versuch zu machen, mittels der starken Dolchklinge das Schloss herauszuarbeiten. Er sah jedoch sehr bald ein, dass dies völlig unmöglich war. Das Holz der Tür war so fest und massiv, als dass die Klinge seine Härte hätte überwinden können. Es blieb ihm nichts anderes übrig, als abzuwarten, bis sein Kerker von draußen geöffnet wurde und man kam, um ihn hinzumorden. Mit unendlicher Geduld tat er jetzt auf diesen Moment. Alle seine Sinne befanden sich in höchster Spannung. Atemlos lauschte er, ob draußen vor der Tür nicht bald das Geräusch herannahender Fußtritte hörbar werden würde, doch Minute um Minute, Viertelstunde um Viertelstunde voran, ohne dass sich auf dem Keller gange, der zu dem Kerker führte, auch nur der geringste Laut vernehmen ließ. Endlich nahten sich schleichende Schritte. Holmes Finger krampften sich fester um den Griff seiner Waffe. Er profitierte sich dicht an der Tür, um sogleich über den Feind herfallen zu können, sowie dieser nur den ersten Schritt über die Schwelle machte. Jede Faser in ihm war gespannt, seine Muskeln strafften sich. Mit ein wenig vorgebogenem Oberkörper, die Hand mit dem Dolch zu sofortigem Stoße hoch über dem Kopf erhoben, stand er in der Haltung eines Raubtieres da, das im Begriffe ist, sich auf sein Opfer zu stürzen. Raubtierartig funkelten auch seine Augen, die starr auf die Tür gerichtet waren. Im jetzigen Momente vermochte sein scharfes Ohr selbst, das leiseste Geräusch zu vernehmen, das unter gewöhnlichen Umständen auch das empfindsamste Gehör nicht wahrgenommen hätte. Es entging ihm nicht, dass der Mensch da draußen schon bis zur Türe herangeschlichen war und jetzt sein Ohr an dieselbe legte, um eine etwaige Bewegung, einen Laut des Gefangenen zu erlauschen. Vielleicht hoffte er, Schnarchtöne zu vernehmen und das Opfer da drinnen im Schlaf zu erwürgen. Mit großer Vorsicht und Behutsamkeit öffnete er das Schloss. Ganz langsam schob er die Tür vorwärts und bog sich mit dem Oberkörper durch die Spalte, um nochmals zu lauschen. Doch im selben Augenblicke sauste der scharfe Stahl des großen Detektivs auf ihn herab. Sicherlich hätte der Dolch ihn im Nacken getroffen und ihn sofort getötet, wenn er sich auch nur um ein weniges tiefer hinab gebeugt hätte. Einzig und allein die Größe seiner Figur schützte den Riesen davor, auf der Stelle durch Holmes ins Jenseits befördert zu werden. Er war nur an der rechten Schulter verwundert worden. Mit einem lauten Wutgebrüll stürzte er sich jetzt auf seinen unsichtbaren Angreifer. Auch er hatte ein langes Messer aus dem Gürtel gerissen und hieb damit, in der grausigen Dunkelheit, wie ein Wahnsinniger um sich, ohne jedoch den Feind zu treffen. Er stieß einen wilden Fluch aus, als er hierbei zu Falle kam. In der Aufregung musste er über seine eigenen Füße gestolpert sein. »Hallo, du Mordbube«, rief Holmes, »nur nicht so stürmisch. Ihr sollt noch zeitig genug von mir den Genickfang kriegen.« Noch hatte Holmes nicht das letzte Wort gesprochen. So fühlte er auch schon, wie sein Feind einen heftigen Stoß nach hinten führte, der sicherlich sein Bein hatte, treffen sollen. Holmes hatte dieses jedoch so schnell zurückgezogen, dass das Messer des anderen das Ziel verfehlte und sich tief in den Boden eingrub. Jetzt war für Holmes der entscheidende Moment gekommen, um einen endgültigen Sieg zu erringen. Kaum merkte er, dass seines Gegners Messer in dem Boden stecken blieb, so schwang er abermals seine furchtbare Waffe über ihn und im nächsten Augenblicke hatte er die scharfe Klinge denselben unter dem Kinn an der Kehle getroffen. Das Schicksal des Riesen war besiegelt. Holmes packte ihn im Nacken und die Messerklinge vollendete das Werk. Röchelnd brachte er zu einem ferneren Kampfunfähiger zusammen. Sofort sprang Holmes empor und stürzte nach der Tür, um sich dort nochmals zu einem neuen Kampfe aufzustellen. Soeben waren nämlich wiederum Männerschritte auf dem dunklen Gange hörbar geworden. Schon im nächsten Augenblick ließ er jedoch die erhobene Waffe sinken und lief in freuiger Hast auf den herankommenden zu. Er hatte an dem Gange sofort denjenigen erkannt, den er sich so sehnlichst herbeigewünscht hatte. Ja, es war sein treuer Freund. Dr. Watson Siebtes Kapitel In der Gruft der Schlosskapelle Gott sei Dank, dass ich sie gefunden habe, Holmes, rief Watson in hellster Freude, indem er ihm seine Hand zur Begrüßung entgegenstreckte. Ich hatte schon fast die Hoffnung aufgegeben, sie lebend wiederzusehen. Ich bin ein ganzes Labyrinth von unterirdischen Gängen durchlaufen, hab fast sämtliche Kellerräume nach ihnen abgesucht. Hat Ihnen mein Messer zur Freiheit verholfen? Das hat es, mein lieber Watson, entgegnete der große Detektiv. Das war ein großartiger Gedanke von Ihnen, den Sie da hatten. Er schüttelte Watson herzhaft die Hand und klopfte ihm freundschaftlich auf die Schulter. Doch noch sind wir nicht außer Gefahr, wenn es mir auch schon gelungen ist, einen mir zugedachten mörderischen Überfall glücklich zu parieren. Hatte ein tüchtiges Stück Arbeit mit dem langen Kerl, den mir der biedere Tommaso Cassini in mein schauriges Gefängnis geschickt hatte. Kommen Sie, Watson, wir wollen noch einmal dorthin zurückkehren, um mich der Waffe des Kerls zu bemächtigen, dem ich einen gehörigen Denkzettel gegeben habe. Sind Sie mit Ihrem Revolver und Munition versehen? Ich habe alles nötige Handwerk bei mir, Holmes, gab Watson zur Antwort. Schaden kann es aber nichts, wenn auch Sie sich damit versehen. Die Halunken haben Ihnen ja Ihre schöne Browning-Pistole und die übrige Ausrüstung schon in Palermo weggenommen. Außerdem gibt es zu tun, Holmes. Sie werden staunen, es ist mir gelungen, den Aufenthalt der beiden Damen hier im Schlosser zu ermitteln. Dieselben bedürfen unserer schleunigsten Hilfen. Hoffentlich kommen wir noch nicht zu spät. Da haben Sie Ihre Zeit ja wacker ausgenutzt, klopfte Holmes, Watson zum zweiten Male anerkennend auf die Schulter. Watson hat inzwischen seine elektrische Glühlampe aufleuchten lassen und in ihrem Schimmer eilten jetzt beide Detektive der sogenannten Skelettkammer zu. Sie fanden den Riesen bewusstlos und mit Wunden bedeckt am Boden liegend, doch überzeugte sich Holmes bald, dass er ihn nicht lebensgefährlich verletzt hatte. Watson zog sein Verbandszeug heraus, das er stets bei sich zu tragen pflegte. In größter Eile verband er notdürftig den Verwundeten, während Holmes ihm sein Messer, einen Revolver und den Schlüssel der Skelettkammer abnahm. Dann verließen sie schleunigst das Gefängnis, das sie sorgsam hinter sich verschlossen hatten. Wo befindet sich das Versteck der beiden Damen? fragte Holmes, als sie die Kellertreppe emporstiegen. Im ersten Stockwerk. Wie sind Sie zu dieser Kenntnis gelangt? Mit wenigen Worten schilderte Watson seine Erlebnisse auf dem Schlosser, nachdem er die Wagenremise verlassen hatte. Er unterließ auch nicht die schweren Drohungen zu erwähnen, deren sich der Marchese und der Polizeichef gegen die Mädchen bedient hatten. Mit Bewunderung schilderte er den Mut und die Verachtung, mit der die beiden Schwestern den Schurken entgegengetreten waren und ihre unverschimmten Forderungen zurückgewiesen hatten. Holmes staunte über Watsons Eröffnungen und besonders die Mitteilung, dass der Marchese und Tommaso Cassini ehemalige gemeine Wegelagerer und Banditen gewesen seien, erregte sein höchstes Interesse. Rasch stiegen sie die Treppe zum ersten Stockwerk hinauf. Niemand hätte ihre Schritte vernehmen können, zumal die unheimliche Stille schon seit einiger Zeit durch schwere Donnerschläge gestört wurde. Ein heftiges Nachtgewitter begann, nach den heißen Augusttagen auszubrechen. In wenigen Minuten hatte er sich plötzlich von allen Seiten des Horizontes zusammengebraut. Heulend pfiff der Sturmwind um die Zinnen und Dächer des alten Schlosses und kreischend drehte sich auf den Türmen die rostigen Wetterfahnen. Hin und wieder zerriss ein gewaltiger Blitz das mit schwarzem Gewölk bedeckte Finament und sein bläuliches Licht zuckte durch die hohen Bogenfenstern in die langen dunklen Korridore, durch welche jetzt die beiden Männer dahinschlichen. Jedes Mal, wenn der Donner aussetzte und der Sturmwind für einige Momente sein Heulen unterbrach, blieben sie stehen, um mit Anspannung aller Sinne zu lauschen. Holmes und Watson befanden sich nun nur noch wenige Schritte von den Gemächern, in denen sie die beiden unglücklichen Mädchen vermuteten. Wunderbar, raunte Watson leise, es ist in den Zimmern merkwürdig still. Es scheint fast so, als ob sie nicht mehr dort sind und doch erinnere ich mich ganz genau, dass die Schurken wieder hierher zurückkehren wollten. Sollten sie vielleicht ihre Opfer schon ermordet haben? Beinahe jede Vorsicht außer Acht lassend eilte er so schnell auf eine da in den Korridor ausmündenden Türen zu, dass ihm sein Begleiter kaum folgen konnte. Sachte, sachte, mahnte Holmes. Vergessen Sie nicht, dass wir es mit ausgesuchten Verbrechern zu tun haben und dass sich außer Ihnen vielleicht noch eine ganze Rotte von anderen Banditen im Schlosse befindet. Ganz behutsam drückte er die Klinke der Tür, vor der sie standen, hinunter. Leise tat sich Letzterer auf. Sie betrat mit unhörbaren Katzenschritten das Gemach, vor dessen Fenster der hohe Ahornbaum stand, auf dem Watson vorhin gelauscht hatte. Es war in tiefster Dunkelheit gehüllt und als jetzt wiederum ein mächtiger Blitzstrahl den ganzen Horizont zerspaltete, bemerkten sie, dass die Türen des Mittelzimmers offen standen und Letzteres ebenfalls finster war. Es scheint, Holmes, sagte Watson vor Aufregung am ganzen Leibe bebend, als ob wir schon zu spät kämen. In jenem Zimmer dort nebenan befanden sich die Mädchen, in der ihre Unterredung mit den beiden Schurken stattfand. Holmes erwiderte nichts hierauf. Es war überhaupt nicht seine Art, viel zu sprechen, wenn er sich in vollem Eifer bei einer Untersuchung befand. Den Finger am Drücker des Revolvers, den er vorhin dem Riemen abgenommen hatte, war er bereits in das Mittelzimmer vorangeschlichen und ließ hier wiederum die elektrische Taschenlampe aufleuchten, die er soeben von Watson erhalten hatte. Bei ihrem Lichte und bei dem fahlen Schein, der jetzt in unausgesetzter Folge rasch hintereinander aufflammenden Blitzstrahlen, vermochte er und Watson das ziemlich große Zimmer, in das sie eingedrungen waren, vollständig zu übersehen. Ein erschreckendes Bild bot sich ihren Blicken. Fast sämtliche Möbel des mit dem größten Luxus ausgestatteten Gemachs waren wild durcheinandergeworfen. Alles deutete darauf hin, dass in diesem Raum ein heftiges Ringen, ein verzweifelter Kampf zwischen dem Marchese, der seinem Genossen und den beiden Mädchen stattgefunden hatte. Die zerrissenen Vorhänge an den Fenstern und blutige Fingerabdrücke an den zertrümmerten Scheiben und auf den Fensterbrettern ließen erkennen, dass die Unglücklichen in ihrer Verzweiflung den Versuch gemacht hatten, sich aus dem Fenster zu stürzen. Das sieht allerdings sehr bedenklich aus, sagte Holmes, der sich bereits von den Fenstern abgewandt hatte und augenblicklich damit beschäftigt war, den mit einem prächtigen persischen Teppich bedeckten Fußboden mittels der Glühlampe sorgfältig abzuleuchten. Auch hier bemerke ich Blutspuren. Glauben Sie, Holmes, dass die Bösewichter wirklich schon die unglücklichen Wesen hingemordet haben? fragte Watson ängstlich, während er sich gleichfalls niederbeugte, um auch seinerseits den Teppich auf das Genaueste zu untersuchen. Nein, Watson, entgegnete der große Detektiv, zum Äußersten ist es noch nicht gekommen, sonst würden wir hier vermutlich ganze Blutlachen finden. Eines der Mädchen mag sich bei seiner Verteidigung an den Waffen ihres Angreifers verletzt haben. Diese Blutspuren kommen uns sehr zu Passe. Sie führen uns vielleicht nach dem Orte, wo wir die Gesuchten finden werden. Er erhob sich bei diesen Worten und schritt, immer in gebeugter Haltung, den Boden vorsichtbleuchtend, durch das Nebenzimmer bis in die unmittelbarste Nähe einer Wand desselben. An dieser Stelle muss sich eine geheime Tür befinden, sagte er mit aller Bestimmtheit. So wie wir diese entdeckt haben, werden uns diese Blutspuren weiterleiten. Ihr Scharfblick hat sie nicht getäuscht, rief Watson eifrig. Hier befindet sich in der Tat ein solcher Eingang. Durch diese kam und ging der lange Schurke, den Tommaso Cassini zu ihrer Ermordung gedungen hatte. Während Watson noch sprach, hatte Holmes bereits mit dem Fingerknöchel die ganze Wand vor ihm sorgsam abgeklopft. Der dumpfe Ton bewies, dass sie vor einer Tapetentür standen und nachdem es Holmes gelungen war, durch einen ganz zufälligen Fingerdruck auf eine bestimmte Stelle der Wand des geheimen Mechanismus dieser Tür zu entdecken, sprang dieselbe auf und die beiden Männer sahen nun zu ihrer Überraschung, dass sie auf der obersten Stufe einer in das dicke Mauerwerk der Wand eingelassenen Geheimtreppe standen. Sehr bald fanden sie auf deren schmalen Steinstufen die Blutstropfen wieder, denen sie bisher gefolgt waren. Diese leiteten sie die ganze Stiege hinab und hörten auch nicht auf, als sie den Fuß derselben erreicht hatten und nunmehr durch einen schmalen Mauergang in den dunklen Park eintraten. Gerade in diesem Augenblicke fegte ein gewaltiger Windstoß so heftig an ihnen vorüber, dass er sie fast des Atems beraubte. Ein Glück, sagte Homs lächelnd, dass unser Glühlämpchen nicht zu verlöschen ist, sonst sollte es uns doch schwer fallen, in dieser Stockfinsternis unsere Spur weiter zu verfolgen. Treten sie möglichst fest auf, mein Freund, damit sie nicht von einer neuen Böe überrascht und umgerissen werden, es ist wirklich ein Höllenwetter. Trotzdem nehme ich es mit dem alten Boreas durchaus nicht übel, dass er heute Nacht so mit vollem Backen bläst. Er vertreibt vielleicht die Regenwolken und verhütet so, dass die Blutstropfen, die ich auch hier auch hier in dieser Allee wieder sehe, von dem himmlischen Nass verwaschen werden. Gleich Indianern auf dem Kriegspfade krochen sie jetzt in gebeugter Haltung über den mit Kies bedeckten, zwischen mächtigen hohen Pappelbäumen nach dem hinteren Teil des Parks führenden Weg dahin. Bei dem Sturmwinde, der immer mehr zum Orkan anwuchs und ihnen gerade entgegen blies, hatten sie Mühe vorwärts zu kommen. Unwillkürlich schauerten sie zusammen, wenn plötzlich durch die Gewalt des Orkans ein Ast auf den Weg geschleudert wurde. Mehr als einmal waren sie in Gefahr, von diesen Trophäen des Sturmes erschlagen zu werden. Ein gewaltiges Rauschen erfüllte die Lüfte. Die uralten Baumriesen des Parks beugten sich vor der Majestät der Winds Braut, die über sie dahinfuhren und deren Weg von den grellen Blitzen erleuchtet und von dem unheimlichen Grollen des Donners begleitet wurde. Unerschrocken drangen die beiden mutigen Männer immer tiefer in den Park ein. Wenn der Sturm die dichten Gebüsche vor ihnen besonders heftig durcheinander rüttelte, waren schon seit einiger Zeit aus dem tiefen Dunkel der Nacht matte Lichtstrahlen zu ihnen herüber gedrungen. Sie ahnten, dass der Ausgangspunkt dieser Lichtstrahlen das Ziel gewesen war, dem die zwei Verbrecher mit ihren Opfern zueilten. Gerade nach dorthin führte die kleine Seitenallee, in die sie jetzt einbogen. »Es scheint, dass wir uns der zum Schloss gehörenden Kapelle nähern«, sagte Holmes, als sie den schmalen Laubgang fast zur Hälfte hinabgeschritten waren. »Sehen sie die erleuchteten Bogenfenster?« Verdammt, sollten die Schurken die armen Mädchen am Ende gar zu einer Trauung zwingen wollen?« »Wohl möglich, Holmes«, entgegnete Watson. »Ihre von mir belauschten Äußerungen lassen darauf schließen.« »Nun, dann wollen wir uns beeilen, noch rechtzeitig als Trauzeugen zu erscheinen«, rief der große Detektiv und verdoppelte seine Schritte. »Wenn auch die Männer uns nicht eingeladen haben, so werden wir doch den armen Mädchen willkommen sein.« Holmes eilte so hastig auf die immer mehr sich aus dem Dunkel heraushebende Schlosskapelle zu, dass Watson Mühe hatte, mit ihm gleichen Schritt zu halten. Als Holmes und Watson fast bis zu dem Eingang der Kapelle vorgedrungen waren, blieben sie stehen und lauschten mit gespannten Aufmerksamkeit auf etwa aus dem Inneren derselben vernehmbare menschliche Stimmen. Doch ihre Erwartung wurde getäuscht. Trotzdem die Kapelle erleuchtet war, schien doch niemand darinnen anwesend zu sein. »Es ist nichts anderes möglich«, flüsterte Holmes seinem Begleiter zu, »die Unholde befinden sich mit ihren Opfern in den unterirdischen Gewelben, die wahrscheinlich die Ruhestädte der frühen Besitzer des Schlosses bilden. Zögern wir nicht länger einzutreten, wer weiß, welche grauenvolle Szene sich bereits enthielt. Ohne Aufenthalt machte er sich daran, die mit altertümlichem Schnitzwerk verzehrte Tür der Kapelle mit dem Engländer Watsons zu erbrechen. Ohne auch nur das geringste Geräusch zu erzeugen, war diese Arbeit bald vollendet. Mit einem leisen Schauer der Erwartung betraten die beiden Männer das kleine Gotteshaus, das von einigen Wandleuchtern nur matt erhellt wurde. Der schwache Lichtschimmer genügte kaum, den schon halb verfallenen Altar, die morschen Emporen, die verblassten Wandmalereien erkennen zu lassen. Sich immer in dem tiefen Schatten der Empore haltend, schlichen Holmes und Watson dem Altar im Hintergrunde zu, in dessen Nähe ersterer eine finstere Öffnung im Erdboden erkannt zu haben glaubte. Je näher sie dem Altar kamen, umso mehr sahen sie, dass an einer Stelle einige schwere Marmorplatten aufgehoben worden waren, um zweifellos den Zutritt zu den unterirdischen Gewölben zu ermöglichen. Ihre Vorsicht verdoppelnd schlichen die beiden ganz dicht zum Rande dieser Öffnung hin und sahen, dass eine mit feuchtem Moder bedeckte Steintreppe in die Tiefe führte. Eine dumpfe Verwesungsluft stieg aus dieser Empore. Noch überlegte Holmes, ob er sogleich die Treppe hinab eilen sollte, als ein lauter, Mark und Bein durchdringender Schrei aus Frauenmund jedes fernere Bedenken bei ihm beseitigte. Ihr war schleunigste Hilfe geboten. Er gab Watson einen Wink, sich schussbereit zu halten und ihm dicht auf den Fersen zu bleiben, dann drang er entschlossen in die Tiefe ein, aus der ihm ein schwacher Lichtstrahl entgegenschimmerte. Mit der größten Behutsamkeit stiegen er und Watson die feuchten Stufen hinab, auf denen sie in jedem Augenblick in Gefahr war, auszugleiten und zur Falle zu kommen. Am Fuße der Treppe vor einer mit einem Fenster versehenen Tür machten sie Halt, im ersten Augenblick ganz konsterniert von dem Bilde, das sich hier plötzlich ihren Blicken bot. Sie mussten ihre ganze Selbstbeherrschung aufbieten, um sich nicht allzu früh durch eine Äußerung innerer Empörung zu verraten. Was sie da sahen und hörten, war so schaurig, entsetzt hätte. In dem unsteten, flackernden Licht zweier qualmender, an den steinernen Pfeilen eines niedrigen Gewölbes befestigter Pechfackeln gewahrten die Detektive Miss Kathleen und ihre Schwester. Der Marchese und Tommaso Cassini standen in drohender Haltung vor ihnen. Wollt ihr euch jetzt in unsere Wünsche fügen oder nicht? schrie Cassini in höchster Wut. Ich frage euch zum letzten Male. Unsere Geduld ist erschöpft. Wollt ihr unsere Gattinnen sein und uns zuschwören über alles, was ihr von uns wisst, stillschweigend zu beobachten und uns nicht zu verraten? Oder wagt ihr auch jetzt noch in eurer Halsstarrigkeit zu beharren? Wenn ihr einwilligt, soll euch ein Leben voll Herrlichkeit und Freuden an unserer Seite beschieden sein. Jeder, auch der leiseste Wunsch Schunde sterben. Lieber sterben, tausendmal lieber sterben, schrie Jane in höchster Leidenschaftlichkeit. Tötet mich, ihr Unmenschen. Lieber tausend Klaffer unter der Erde begraben sein, als euch anzugehören und mit euch eure furchtbaren Geheimnisse und Verbrechen zu teilen. Entschließt euch schnell und trefft zugleich eure Entscheidung. Auf der einen Seite ein Leben voller Glanz und Freude, auf der anderen der Tod, nun wählt. Stoß zu, elender Bube, rief Jane mit Tränen überflutetem Gesicht und bot ihre Gewandung aufreißend dem Polizeichef die Brust. Nun wohl, lachte letzterer grauenhaft auf, du sollst sterben, dein Wunsch soll erfüllt werden, seht dorthin, ihr halsstörrigen Weiber, eure toten Schreine stehen schon bereit. Auf einen Wink von ihm hatte der Marquise einen roten Vorhang im Hintergrund des Gewölbes schnell zurückgerissen. Ein gellender Schrei des Entsetzens entrang sich den Lippen der beiden Mädchen. Zwei metallene Särge, von denen die Deckel heruntergenommen waren, boten sich ihren Blicken. Dicht neben den Sarkophagen lagen die Toten, die so lange darinnen geruht, auf den steinernen fließen. Mit roher Gewalt hatten die beiden Unmenschen den Schlummer der stillen Bewohner der Gruft zerstört und ihre Überreste auf dem Boden zerstreut. Noch hatten die unglücklichen Mädchen sich nicht von ihrem Entsetzen erholt, noch starrten sie völlig entgeistet auf die Sage, als Tommaso Casini ihr Entsetzen von Neuem herausforderte. Plötzlich nämlich zog er aus einer Tasche seines Rockers sein Tuch hervor. Dann sprang er mit einem einzigen großen Satze auf Miss Jane zu und warf ihr, ehe diese noch ahnte, was mit ihr geschehen sollte, das Tuch über den Kopf. Im nächsten Augenblick hatte er die Enden desselben zusammen gedreht, um sein unglückliches Opfer zu erwürgen. Miss Kathleen war in die Knie gesunken und war entsetzt nicht fähig, auch nur einen Laut hervor zu stammeln. In wahnsinnige Angst starrte sie mit weit geöffneten Augen zu dem Marquese empor, der im Begriff verstand, ihr dasselbe Schicksal zu bereiten wie der Schwester. Mit schussbereitem Revolver schaute Holmes und Watson auf die Gruppe. In der Tat, schon hatte der Schocke ebenfalls das schreckliche Würgetuch in den Händen, da wurden er und sein Kumpan durch ein leises Geräusch veranlasst, die Blicke nach dem Türfenster zu wenden. Als sehen sie eine überirdische Erscheinung, verwandelte sich das Blut in ihren Adern zu Eis. Sie wollten aufschreien, doch sie vermochten es nicht. Mit geöffnetem Munde starrten sie regungslos nach jenem Manne, den sie bereits zermordet in der Skelettkammer wähnten und sie hatten sich von ihrem namenlosen Entsetzen noch nicht erholt, da stürzte bereits dieser und sein Begleiter, den sie vor einigen Stunden in der Gesellschaft jenes Engländers in der Spielhölle gesehen hatten, mit gezücktem Revolver auf sie zu. Eine Sekunde später hatten Holmes und Watson die Verbrecher mit den Kolben ihrer Waffen zu Boden geschlagen und die Besinnungslosen gleich darauf an Händen und Füßen zu fesseln. Dann wandten sie sich den beiden Schwestern zu. Mit einem Ruck hatte Holmes Miss Jane von dem würgenden Tucher befreit, hatte Watson die einer Ohnmacht nahe Miss Kathleen in seine Armen aufgefangen und durch eine belebende Essenz wieder ins Leben zurückgerufen. Als die aus höchster Todesnot befreiten jungen Damen wieder ruhiger geworden waren, suchten sie sich gegenseitig in heißen Dankesgrüßen für ihre Retter zu überbieten. Holmes wehrte ihnen jedoch energisch und bat sie, mit ihm und Watson so schnell wie möglich von dieser Stätte des Grauens zu entweichen. Lassen sie uns sogleich in der Kutsche, die mich und meinen Gefährten hierher bieten, um Wagen und Pferde auf der Stelle in unserem Besitz zu nehmen, so wie dies gelungen, sollen auch die beiden Schurken dort, die jetzt unsere ohnmächtigen Gefangenen sind, die Fahrt nach Palermo antreten. Ich werde dort sogleich den sogenannten Marchese und den famosen Polizeichef der rächenden Nemesis überantworten. Ganz so wie es Holmes im Sinne hatte, geschah es auch. Da der alte Kutscher und die beiden Stallknechte seit der Zeit, als Watson seinen Lauscher Posten vor ihrem Fenster verließ, unaufhörlich weiter gezecht hatten, waren sie im Augenblick, wo die beiden Männer in der Stallung und Remise erschienen, um sich des Wagens und der Pferde zu bemächtigen, so trunken, dass es ihnen völlig unmöglich war, die Flucht derselben und ihrer Schützlinge zu verhindern. Es gelang Holmes und Watson auch den Marquese Tommaso Cassini, den Riesen in der Skelettkammer und den alten Kutscher vor ihrer und der beiden Damen Abfahrt im Schlosse noch so sicher unter zu bringen, dass es ihnen unmöglich wurde, sich ihrer später erfolgenden Verhaftung durch die Polizei von Palermo zu entziehen. Schon am nächsten Tage war ganz Palermo voll von der Entlarvung zweier ihr angesehenster Bürger als gemeine Banditen, Fallspieler und Mädchenräuber. Sämtliche Zeitungen der Stadt brachten ellenlange Artikel über ihre und ihrer Genossen Verhaftung und die wunderbare Errettung der beiden jungen und schönen Engländerinnen durch den berühmten Sherlock Holmes und Dr. Watson. Mit Blitzerschnelle verbreitete sich der Ruhm der beiden Männer durch ganz Italien und in allen Städten und Ortschaften des Landes pries man die Energie und Tat kraft Sherlock Holmes und Dr. John Watson, denen es gelungen war, zwei junge, hoffnungsvolle Menschenleben zu retten und eine Bande der gefährlichsten Verbrecher der wohlverdienten Bestrafung zu überantworten. Der Marchese und der Polizeichef, ebenso der Kutscher, der Riese und die sonstigen Genossen Cassinis auch, Signore Kalina und ihre Gehilfenen wanderten schon wenige Tage später ins Gefängnis. Cassini und der Marchese jedoch endeten bald danach auf dem Schafott. Schafott.